Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen auf TAXGGTV, da sind wir. Wir spielen heute das Spiel Icarus und mit dabei sind der Lari und sonst niemand, aber das Spiel kann man sonst auch zu acht spielen. Aber wem erzähle ich das? Interagieren, sekundär, okay, die Kamera wechseln. So. Gut, wir sind on air. On air, crazy, es ist noch keiner online außer hier. Okay, wem erzähle ich das eigentlich? Ja, sehe ich, was du machst. Sehr gut, ich bin dabei. Und du bist dabei, genau. Mit am Start ist der Lari. Ich presente dich. Die Chatagieren sind gut. Keine Beleidigung, keine Diskriminierung, no toxic. Ja, der Chat, die schwer, also davon bin ich ausgenommen, natürlich. Ja, immer. Genau, auf freie Sicht sprinten. Ich würde sprinten gerne irgendwie hier haben. Auf P. P macht Sinn. P macht Sinn. P macht Sinn, er ist an der Maus. An der Maus, an der Maus. Ach so, an der Maus. Ich hab die ganze rechte Hälfte der Tastatur auf die Maus gelegt, weil die ja sowieso selten in Spielen aktiv sind. Also Ü und Ö und Ä sind ja... Die kann man super da drauflegen. So Schinger vom Gibbon. Klar, ich spiele normalerweise mit rechts und links an der Tastatur. Mit beiden hinten an der Tastatur. Ganz wichtig, die Map öffnen. Hier, Map öffnen. Mittlere Maustaste. Inventar öffnen. Einfach Inventar öffnen. Machen wir hier. Ah, guck mal. Auch zur Herstellung und so weiter. Das ist gut. Feuermodus ändern. Weißt du, was die sekundäre Interaktion ist? Nee, es gab für mich jetzt noch kein Feld, wo es sekundär interessant wäre. Mit X. Weißt du, wie heißt die X? Ah, ich glaube, mit X habe ich gestern einer von den Bodenplatten abgerissen. Das könnte sein. Ah, dann setze ich es mal auf W. Jetzt wirst du dich ganz krass wundern. So. Okay, wenn du sagst, das ist wichtig, dann mache ich es auf W. Screenshot brauchen wir nicht. Menü deaktivieren. Textchat brauchen wir auch nicht. Freie Sicht. Alt links. Habe ich gestern versucht. Ging aber nicht. Springen ist springen. Kriechen ist kriechen. Wobei, ich nenne es nicht kriechen, das ist einfach nur bücken, oder? Sehe ich das falsch. Hm. Und nochmal rennen. Sprinten. Setze ich da drauf. Oh. Guti. Hm, 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 hm. so nachdem wir diese schönen herrlichen voreinstellungen in der steuerung abgeschlossen haben warten wir noch auf den larimma lari wo bist du so 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 da ist ja der junior war gerade noch da okay aber bei mir hat er noch nicht alle maustasten drin da muss ich noch mal im merkst du noch mal kalibrieren und die maus aber okay müsste eigentlich so passen ich würde loslegen ja wir spielen die zweite mission und genau die erste mission haben wir heute nacht abgeschlossen in die zweite rein jetzt sind wir hälfte der zweiten mission und beziehungsweise anfang der zweiten mission und optimistische hälfte gucken genau die optimistische gefühlt die hälfte gut ich werde mich zurück zum schiff begeht gebiet gegeben wir haben noch zeit man sieht hier rechts sechs stunden und sechs tage und vier stunden um die mission abzuschließen ist die recht die echtzeit die rechts angezeigt wird die man zeit hat um die mission abzuschließen sollte sein dass wir die weiter schaffen machen gut kann sich einmal nach rechts biegen nein oder links biegen da sieht man dann irgendwo die wirklich weiter da rechts seht ihr die uhrzeit ansonsten hoffe ich vom gameplay ist nichts weiter verdeckt wenn etwas verdeckt sein sollte schreibt einfach in chat du musst dann gleich wenn du drinnen bist noch mal einladen ja spannend wäre auch ob ich dann die alleine weiterspielen könnte auch also habe ich ja kein bock zu aber rein theoretisch weil bei mir die zeit der zeitgleich tickt durch das was er zeitgleich angefangen haben ja es gab es gab eine möglichkeit ist auch solo zu spielen ja ansonsten ist bis zu acht spielern so freunde chat einladen geht noch nicht ich muss noch kurz warten dass ich im spiel bereit der geometrie vor bitte warten zucker und geodreieck dabei zu lobby ok perfekt so ok los geht's ausgewählt zurück zum schiff was er hatte gerade du musst doch lupen erner lupen erner muss doch mitkommen ja grüß lupen erner so water is low jetzt blinkt schon bei mir ganz wild und rot ich muss mal ich laufe schon mal vor zum see ich habe nichts von der map hat die map muss ich noch aufbauen ich laufe zum seelen steine einfach naja testphase ja ja wie oft bist du gestorben weniger klappt einmal oder ja ja aber das ist nur weil du mal vorgegangen ist ja ja genau ich habe es immer gemacht und du musstest zuhause das feuer bewachen ja so ist es nicht aus lupen erners job ist feuer bewacht so weitergehen wir gucken ob wir auf der richtigen nein noch nicht ganz wir müssen etwas nach osten nordost man hat hier keine mini map das ist ein bisschen ein bisschen schwieriger man hat schaltest du alles im laufe des progres frei ok ok ist auch ganz cooles definitiv ich glaube nein habe ich nicht mehr am start hatte ich ein bisschen was wird hier war noch ein stein ich habe auch noch steine hier unten beim see gibt es auch was und mais gibt es hier unten schade dass man keine area markieren kann auf der map so dass wir noch mal also gerade zu acht ist glaube ich ist das über einen discord server ganz schön kommunikativ sage ich mal ja ich glaube du musst halt immer mit diesen quadranten arbeiten mit in denen du dich befindest aber die sind ja auch vergleichsweise groß ja da kann ich sagen und da ist das maisfeld und bis man was gefunden hat in dieser doch sehr unübersichtlichen bildnis so getrunken ist jetzt schmeißen wir mal ein bisschen oxy action power g ist er noch ready to go wir können gern nord osten gehen glaube ich ne ja wie viel haben wir noch 8 uhr 9 8 9 50 sehr gut da sind wir ja die frage ist das ist erst mal die richtung begeben wenn es zwölf ist können wir gucken ob wir wie weit wir sind und ob wir dann um die weg aufstellen müssen oder das können wir auch durch waschen weil eigentlich habe ich das sind die oxy steine diese blauen muss man sammeln und dann im inventar in seinen anzug legen damit man generiert sonst wird das nix wir sehen hier haben wir oxid hier im inventar das müssen wir hier in den anzug packen und die wichtigsten sachen sind food wasser und sauerstoff und essen ist zum beispiel hier der der mais den man gefunden hat der verdirbt auch also der wird auch schlecht in der zeit deswegen man sieht hier oben hier schon so eine braune stelle braunen balken der langsam runter wandert irgendwann ist es halt verdorben das sind die nahrungsmittel ähnlich auch fleisch und so noch einmal da hinten oxy so 9 uhr 21 oder eine stunde lang hier oxy zumindest von tieren sieht sehr entspannt aus aber ich mach schon mal ein bisschen was fürs biwak klar das ist gut ich guck mal gleich wo du bist auf der map du bist schon da und quasi an dem bananen stück du hast du öffnest du öffnest gerade die maps sozusagen das ist gut wir werden uns dahin begeben mit speed dahin begeben und los aber dann guck ich dass ich wieder alles da hab für so ein kleines biwak mhm warte mal kurz also Schlafesäck hast du dabei, ne? Ja, einen habe ich dabei, von gestern, genau. So, dann brauche ich gleich... Ob wir von diesen Ländern... So! Und jetzt? Oh, da ist ein kleines Himse. Ähm... Du-du-du-du-du... Let's craften. Leiser? Leiser? Leiser. Leiser, leiser. Leiser, leiser. Leiser. Uh, ich wollte noch fahren. Ja. So, wo bist du denn? Ach, ich bin etwas an dir vorbeigerauscht, oh mein Gott. Deswegen habe ich hier Beeren gehört. Beeren? War ich das etwa? Ja, die Beeren. Ich sagen. Ich bin überlastet schon. So. Äh, dann mal schnell craften. Okay. Oh ja, alles. Craften sind gut. Warte, 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 warte. Ja, das Gute ist aber, wenn man sozusagen bei den Früchten und allem, was essbar ist, wenn man das oberste weg isst, alles was da drunter ist, ist noch super im Schuss. Ah, ah, okay. Verstehe, du kannst jetzt ja immer den obersten... Naja, du isst zwar immer den obersten weg. Ah, ich dachte, okay, dann ist der ganze Zehner-Stack nicht gleich im Sack, sondern, ähm, erst eins und dann hast du immer noch neun im Stack und dann geht's so runter. Ah, das ist natürlich nicht schlecht gemacht. Ich dachte schon, oh Gott, dann verdirbt der Mais ja richtig schnell, aber... Nein, nein, nein. Ich hab lange, äh, ne, ja, ist nur sukzessive. So, ne, ne, steine. Kann man sich ja auch noch machen. Guckt hast du... Brauchen wir gleich noch ein bisschen fahren. Fällt noch drei. Oh, das ist am Ende vorbei galoppiert. Aber ich kann den Rest auch machen, wenn wir auf dem Weg sind. Okay. Also ich hab jetzt fast schon alles Relevante. Ich muss grad noch ne Tür craften. Ich muss grad noch nen Wolf töten. Wenn die Butze kein... Bei mir sind wir gern so zum... Wenn die Butze keine... Kein Fenster hat, ist ja auch nicht so schlimm. Nein, machen wir auch ohne Fenster. So, wollen wir dann mal... Wir müssen den Wolf töten. Lecker, lecker Wolf. So. Okay, alles fürs Biwak ist fertig. Ready? Das heißt, wir können erstmal stracken, würde ich sagen. Ja. Gut, ich nehm die Coffee Bone nämlich mal raus. Wer braucht schon einen Kaffee. So. Und... Ich bin mal gespannt, was dann alles das Crafting Menü hier... Oder wie Crafting Möglichkeiten offen sind, weil jetzt oft schon so viele Sachen man einsammeln kann, die man noch gar nicht gebraucht hat. Ja. Also... Extrem viel. Und das äh... Sieht nach Potenzial aus. Ja, also nachher denke ich mal auch, müssen ja die Missionen deutlich länger dauern. Also die spätere Mission, weiß ich was, Mission 20, 30 oder so, tendenziell wird wahrscheinlich äh... schon... die Playtime mehrere Tage aufweisen. Kann sein. Aber ich glaube, fast was stressiger ist, das ist ne kurze, knackige Mission, wo du sozusagen so... fast perfektes Crafting machen musst, ne? Also bei uns ähm... Ja. Bei der ersten... ersten Tour ähm... Ja. Ja. Das kann natürlich auch so sein, ja. Das kann natürlich auch so sein, ja. Ja. So, jetzt schmücken wir die Sachen raus. Kaffee auch. So, da bist du. Uhu. Hey, hau. Sehr gut. Ist hier irgendwo... Ah, wir müssen mal gucken, ey. Ja. Warte, ich bin immer noch überlastet. So, wir müssen jetzt aus dem ganzen Zeug, was wir nebenbei sammeln. Wir nutzen Stöcker und Gebüsche. Ja, ein Gebüsch. So. Okay. Jetzt müssen wir nachher was draus herstellen, beziehungsweise nebenbei mal was draus herstellen. Ähm... Nordaußen. Gehen wir erstmal an dem... an der Felswand hier lang. Die Felswand und das Missionsziel, wir müssen hier hinten... Hier oben, warum komm ich da nicht hin? Achso. Hier außen zu so einer Radarstation und da muss ich einen... einen Sensor aufbauen, einen Radar aufbauen und da müssen wir da geotechnische... Schnuddli-Fuzzis einsammeln. Und das an jeder... Station auf dieser Map. Das sind insgesamt drei Stationen. Ähm... Die erste hatten wir schon gestern. Die erste hatten wir... Erledigt. Genau. Sehr erfolgreich. Zwei glorreichen Toten. Der Bär. Der Bär. Aber die Bär sind doch krass. Die sind übel und ich höre hier schon wieder ein. Wo denn? Das war nur ein Hase. Aber er hörte sich an wie ein Bär. Krasse Hase, Alter. Das ist wie bei Ritter der Kokosnuss der Hase. Oh, weiter in coming. Oh, Blitz und Donner. Wo bist du denn? Da bist du irgendwo vor mir. Ähm... Ja, ich bin an der Wand lang. Ja, ich bin auch an der Wand lang. Und... Ob das schon runtergibt. Ja, ich seh dich dahinten. Ich bin nur... Ja, ja, ja. Da ist ein Kürbisfeld. Ich baue hier mal unseren Unterstand auf. Dann haben wir hier auch den... Äh... Falschaden haben wir auch. Krass. Inventar ist voll. So. Ich erst mal was und... Wo können wir was trinken? Wir haben hier gar kein Wasser in der Nähe, ne? Das ist ein bisschen krank. Wir sollten weiter rushen eigentlich. Sonst haben wir keine Möglichkeit, oder? Ja, aber ich glaube, hier so zwischendurch mit dem Lacken aufzubauen, ist nicht schlecht. Ich probier's jetzt mal. Da war noch nicht so ein Profi dran. Shit. Und dann hat man schon den ersten... Okay. Eigentlich habe ich mich überhaupt gar nicht komplett verschätzt. Na gut. Ja, passt. Das ist auch erst... Ich glaube, das ist das vierte Gebäude heute gebaut. Achtung, der Baum ist weg da. Weil ich glaube, so ein Baum kann man ja auch entklagen, ne? Das ist gut, aber... Dann gibt's gleich Schmerzschländer auf die Gebäude. Ja, du musst so Stützpfeiler bauen, ne? Erst die Stützpfeiler und dann musst du die... Ja, ja, ja. Die Planken da drauf bauen. Aber ich brauche den ersten Stützpfeiler ab. Ähm... Und dann mach ich die anderen da drunter. Wahrscheinlich irgendwie nicht fertig, wenn das Unwetter vorbei ist. Na, Blitz und Donner hat er noch nicht eingesetzt. Wir müssen... Wir könnten theoretisch auch da drunter kriechen. Aber so tief kriechen können wir realistischerweise nicht. So. Kann man jetzt abstürzen? Weil wenn man sich abstürzt, die ganze Geschichte, dann kracht das wegen Unstabilität ein. Okay. Dieses... Dieses Platzieren der Pfeiler und der ganzen Ding sind manchmal nicht so... ...nicht so easy. Oh, krass, hast du gesehen? Das hat's gleich umgemacht. Ja, hat's gleich weggeblasen. Wir sind nur auf dem Dach da, dann sind wir schon... Jetzt wird's eher im Boot. Oder so... Ja, ooooh. Oh, jetzt führen wir uns gleich daheim. Easy, easy. Alles flottig. Super. Super. Wir könnten... Außer, dass wir kein Wasser haben, was mich so ein bisschen nervös macht. Gebäude ist kaputt. Ah, Gebäude ist kaputt. Hast du schon so eine Reparatur haben? Ja, aber ich hab ihn noch nicht gebaut. Okay, was brauchst du dafür? Warte, ich hab alles dafür. Ich brauch nur Platz im Inventar. Ich würd hier ein Bündel Stöck noch herwerfen. Wenn du unten Platz hast? Kein Platz mehr, alles gut. Aber hast du nicht bei Null so ein verdorbenes Stück Fleisch? Das könntest du auch wegschmeißen. Ja, bei Null ist es verdorbenes Stück Fleisch. Äh, ja, so. Sieht nicht so wetterbeständig aus. Aber wenn du mal nach oben guckst, das Dach ist schon nöchrig. Ich pack dir mal eine Reparatur, haben wir hierher. Der liegt hier vor deiner, äh, stehst du drauf? Ah ja. Ja. Das verdorben Fleisch. Mh, gröner Fleisch, leckerle. So. Ja, du stehst immer noch drauf. Was, du lädst drumherum, du stepst so... Ja, nein, ja. Ah, da. Ah. Ja. Probier mal zu reparieren. Ja. Das geht gut. Oh, sehr schön. Ein Dach ist wieder repariert. Zweiter Dach hinkommen. Oh, jetzt geht's ja. Boah. Das ist der Kampf hier gegen die Gezeiten quasi. Das versprägt mir doch mal so ein Ding anscheinend. Ist wieder, äh... Äh. Ist mir sowas angebracht. Ja, also ihr seht schon. Ja. Ähm, es war eine gute Idee, das zu bauen. Es ist schwierig. Mir passiert gar nichts. Ich kann die Haltbarkeit gar nicht... Du reparierst und ich baue neu, ja? Aber wenn ich dagegen klopfe, dann geht gar nicht die Haltbarkeit nach oben. Also die... Doch, doch. Du musst quasi komplett gegenklopfen, bis das, ähm... Ach so. So, ah, ja. Der alten... Ah, clever. Ja, das muss man nicht tun. Ja, ein Dach. Ja. Ich verstehe. Das Dach. Ähm, ich brauche ganz kurz Material. Ach, guck mal, hier ist praktisch, da ist der Baum uns einmal aufs Dach gefallen ist. Ja. Okay, dann redet er hier rein, der, der, der Baum... Ja, wir müssen jetzt hier wie Bild die Wände reparieren und die Gächer wahrscheinlich schon wieder. Ja, die Haltbarkeit ist da noch gegeben. Ähm. Das ist mehr so die Wetterseite, ne? Die du da... Ja, 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 ja. Ich muss mal kurz raus, das ist schönes Wetter. Ja, mach mal, ja. Geht um Hund, Gassi. Tschüss. Du kriegst auch richtiges Damage, ne? Vor allen Dingen mach mal den Mund auf, damit ein bisschen Wasser rein kommt. Ach so, wir haben ja... Ja, ja. Ja. Ich weiß nicht, wie wir Wasser auffangen wollen. Das macht mich etwas nervös. Ja. Wir sollten vielleicht... Hast du noch Faser? Ja, ich habe Fasern gesammelt. Warte, ich bekomme gerade noch die Damage. Ich weiß nicht warum. Wodurch? Ja. Ja, durch den Bauch. Ja, durch den Bauch. Ja, durch den Bauch. Ja, durch den Bauch. Ach so. Durch den Bauch. Ach so. Ich war doch hier mit der Barrier beschäftigt. Aber ein Glück, dass wir das hier so in Weid aufgestellt haben. Ja, ja. Sehr gut, die Idee. Ich habe zwar noch zwei Volt, Ende wieder. Ähm. Ich würde hier genau die Fasern hier auch... Ne, da kommt schon wieder Damage. Was ist denn hier los? Äh. Ja, du kriegst Damage, wenn sie halt reinzieht. Ah, okay. Warte mal. Das geht gar nicht, weil die... die machen... diese... Baumstämmer. Ich kann auch gar nichts bauen. Es war gut, dass wir in der Weidlichtung gebaut haben. Das nächste Mal. Also für alle auf den Zuschauern, bitte nicht in der Weid, über dem Sturm, irgendwas bauen. Ähm. Ist der auch schon mal irgendwann vorbei? Das tut weh. Ja, es hört sich an, es hört sich an, als wenn es langsam vorbei ist. Ich kann noch nicht. Ja, okay. Ich habe hier auch Fasern hingelegt, aber das ist leider nicht mehr. Hier ist ein bisschen Chaos auf dem Fußboden. Räum doch mal auf. Kannst du den Bude nicht mehr aufräumen hier? Ich weiß nicht. Du brauchst hier so eine... so eine Prachtgüller hier aus drei... aus drei Holzstöcken und dann... in fünf Palmen wedeln und dann... Ist nicht schlecht. Also so einen Sturm hatten wir auch noch. Ich hatte gestern schon so die... Wettererscheinungen und so, aber... Das war krass. Aber die Tür steht noch. Ja, das hämmer ich auch immer sehr erfolgreich immer gegen. Das ist... Das klingt... Das klingt... Kann ich hier von der Tür eigentlich? Ich glaube, wir müssen rennen. Also mein... mein... Wasser ist fast unten. Ich werde schon rot. Ja? Das ist dein Wasser. Rennen wir nach oben? Ja, wir rennen nach oben. Guck mal die Wahrscheinlichkeit, dass du... also... wieder zurück rennen. Eigentlich... Ich mach mal die Tür auf. Okay. Also Nordosten. Ja. Ja. Schön mit deinem Hammer in der Hand nach Nordosten rennen. Ja. Nimm mal die... Felswand entlang. Ich geh mal ein bisschen land... landnittiger, dass wir vielleicht so ein bisschen breiteren Spektrum haben, falls wir... Könntest du auf Bären treffen? Fels an der Felswand Bären sind? Also jetzt sollte man apropos Bären keine Bären essen. Weil die... Achso, jetzt ziehen wir auf Wasser. Ja. Ja, es gibt so unterschiedliche Lebensmittel, die man findet. Okay. Die haben auch negative Nachtwelle. Die Strohhütte, die wir da gebaut haben, ist noch nicht so gut. Ich muss also nächstes Mal noch weiter in Holz. Du und dein Holz. Du und dein Holz. Ja, bei mir gerade zu. Wie ist das auf der Karte? Da ist ein See. Ja, easy. Easy. Siehste. Prediction hoch 10. Das war's. Boah, Alter, der Fallschein ist wirklich krass. Ja. Ich hab' man gar nicht mehr gewöhnt. Nee. Da muss man sich schon irgendwie Abstiege suchen. Hm. Ja, gerade wenn du springst, man hat ja ein bisschen weniger Gravitation. Ja. Es ist auch noch Weizen. Gimsen. So. Ich bin wieder fresh. Aber das Gute ist, wir müssen gar nicht uns merken, wo die Hütte war, weil die gibt's eh nicht mehr. Das stimmt. Aber ist das sehr ökologisch wertvoll. Wir hinterlassen keinen Müll. Ja, definitiv. Das ist schon mal die nächste Hütte, klar. So viel zu, wir hinterlassen keinen Müll. So. Ähm. Ich guck mal, brauchst du noch Onyx-Oxy-Action oder hast du genug? Sonst hol ich für uns. Ähm. Ich hab' noch. Das geht. Ja, doch. Gut, gut, gut. Asernbräu. Ja, die hab' ich ja vorhin da hingelegt. So 200er Bindel. Die waren dann gut begraben worden. Du kannst ja doch mal zurückgehen. Wahrscheinlich ist das Haus jetzt weg. Dann liegen die da noch. Stimmt. Mhm. Also, ich glaube auch, dass du die zweite Mission relativ schnell theoretisch auch beenden kannst. Ich denke, du brauchst wahrscheinlich zwei Tage, um die ganzen Stellungen abzufarmen. Ja, ja. Wenn du es jetzt richtig hart pur durchziehst. Ja. Aber wie gesagt, mit dem Bär, das ist schon... Ja, ich nehm' auch an, dass da auch eine Überraschung kommt. Ich hab' auch noch 400 Fasern im Gepäck. Wieder Gammelfleisch. Okay. Hier sind große Hörer. Und ich hab' Tee. So, Tee. Oh, der rennt an mir vorbei. Im Glück spielst er mich nicht auf. Oh. Nein. Ich bin, glaub' ich, grad gezappelt in so'n Baum. Ja. Ja. Wenn wir uns jetzt so schön eingegroovt haben, dann werde ich, ähm, das ist jetzt erstmal nur Probe-Stream, Test-Streams und so, wenn wir nochmal ein bisschen die Werbetrommel rühren auf den anderen Kanälen, da kriegen wir bestimmt, äh, bestimmt ein paar Zuschauer abgefarmt. Ja. Zuschauer. Ähm, das Einzige, was jetzt wirklich komisch ist, ähm, es scheint so ein bisschen buggy gegenüber von gestern zu sein, wenn ich die Maustaste drücke, kann es passieren, dass ich die Waffe wechsle. ähm, also grad so beim Abbauen von, von Stein oder so, wenn ich ganz oft drauf drücke, mach da auf einmal, plup, und dann hab' ich so das, ähm, den Hammer wieder in der Hand oder so. Also, nicht meinen, sondern den. Grenzwertig. Grenzwertig. So. Ja. Grenzwertig, aber... Ja. Mach mal. So. Okay. Wir können, glaub ich, weiter. Wir müssen jetzt nur straight genossen, ne? Ja. Ja, 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 ja. Ich hab auch noch ein bisschen Proviant. Jetzt hab' ich wieder den Bogen. Warum hat denn der den Bogen? Der wechselt den Bogen? Oh, kein Röntchen. Ach. Natürlich. Der wechselt auf dem Mausrad vorne und hinten und ich habe, äh, Freilauf. Übrigens wär' der Maus auch voll cool, das wirst du schnell zu schätzen lernen. Äh, ist der Freilauf. Gerade bei Sachen wie Auktionshaus in New World ist dieser Freilauf, äh... Ah! So richtig runter... Deutwert. Ja, der macht's einfach, bzzzzz, lässt das Ding laufen quasi. Und der macht's dann automatisch. Also, wenn dann auch mal das Auktionshaus on ist? Ja, wenn's dann mal und... Ja, klar. Aber scheinbar soll richtig viel Content kommen. Ähm... Server-Models gibt's nächste Woche scheinbar, da werden sie den ersten Test aufmachen. Ja, das einzige Negative, was ich schon gelesen hatte, was die Leute so ein bisschen... Ist die Watermark, ne? Die wird irgendwie überarbeitet, beziehungsweise... Ja, ja, aber die wird nur angepasst. Also, das heißt jetzt nicht, dass die gelöscht wird. Das wird transparenter, dass du es scheinbar siehst. Also, der neue PTR soll scheinbar voll von sehr, sehr guten Neuerungen sein. Mal gucken. Oh, 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 oh. Hinter mir ist ein Geräusch von einem Wolf. Ich werde mich gleich umdrehen, wenn ich die Map-Terra habe. Komm mal in deine Richtung. Ich zücke den Bogen, man kann eh nichts schiefkriegen. Ja, ich werbs. Oh, ich bin schon wieder bewusstlos. Ey. Oh. Ich hab noch zwölf Sekunden. Ja, ja. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Fünf. Aber... Vier. Was ist mit der Sechs? Sollte schwarz sein. Ich hab noch drei Sekunden. Zwei. Ja, ja. Eins. Null. Du musst auf die Kante, oder was? Vorbei. Ich liege hier oben auf dem Felsen. Ja, das ist ein bisschen unübersichtlich, ne? Das müsste irgendwie so mehr gedingst sein, so. Habe ich keine Pfeiler, oder warum konnte ich grad nicht schießen? Hm. Hä? Ich hab doch Pfeiler. So, leider werde ich jetzt random irgendwo abgeworfen auf dieser Map. Weil es gibt kein... Ja, du kannst... Bist du nicht bei unserem alten Dings? Nein, kein Bett gefunden steht hier. Wahrscheinlich hat's die andere Hütte auch zerschlügelt. Nein. So, dann ähm... Nein. Genau. Du kannst auch nicht meine Sachen da... Boah, Alter. Es war so schön, heute alles hat. Aber du landest... Ich hör' nicht auf die Kante. Alter, ich lande am Ausgangspunkt. Holy shit. Ja. Holy moly. Du sagst es. Das Problem ist, da liegt ja auch meine... Die Sonde. Du musst das finden, da liegt die Sonde. Kannst du mich nicht, ähm... Loot? Ja, warte. Ich muss mal gucken. Dann kannst du nämlich die Sonde holen und schon mal, ähm... Ach, wenn du die Sonde dahinter gelegt hast? Ja, dann... Auf dem Felsen quasi. Also, ich liege so... Auf... Auf... Neben dem Felsen. Ich reiß' ins Gebüsch hier ab. Ne, ne, ohne Gebüsch. Es war wirklich purer Fels. Es war kein Gebüsch, kein gar nichts. Aber ich hab' gesehen, dass er kam... Ach da! Ja. Ey, krass. Das ist ja wirklich nur dieses kleine Bündelschein. Das findest du nicht. Wenn Gebüsche drüber sind, wie mein erster Todespunkt, da wird ja immer noch auf der Map angezeigt. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Radar ist eingesteckt. Sehr gut. Ja, warte. Ich, äh... Renne wie der Teufel. Ja, jetzt hab' ich's aufgerissen. Sehr gut. Es liegt da hinter so'n Baum. Aber wie gesagt, es war echt nur ganz kurz. Aber, ey, das... Das in der... Im Eifer des Gefechts sozusagen irgendjemand dann zu resen? Das ist... Crazy. Unsere Hütte ist ziemlich zerstört. Ich bin jetzt bei unseren... Jaja, das ist ziemlich crazy, wie man kaum sieht. Ich bin bei unserer alten Hütte, bei unserer ersten Hütte jetzt. Ähm... Die ist ziemlich ramponiert. Gibt kein Dach mehr. Aber ein Schlafsack ist noch drin. Den hab' ich wieder aktiviert. Okay. Soll ich den Schlafsack mitnehmen? Hm... Ne, würd' ich nicht. Also, ich würd' auch sagen, du guck erstmal, dass du da bleibst. Hast du alle meine Sachen? Oder nur das Ding? Ne, so viel kann ich ja nicht tragen. Okay. Dann müsste mein Schlafsack immer noch, ähm, da liegen. Ach so, ja. Ich muss mal... Ne, ich will nicht, dass da oben jetzt nochmal 5 Bären kommen. Oder 20 Bären. Oder 150 Bären. Ist auch schön. Ne, ich lass' deine Sachen einfach alle da zusammen. Weil, wie gesagt, wenn ich sterbe, dann ist ja auch blöd. Gut. Da war ja jetzt eigentlich kein Gegner großartig, also der Einheit, ne? Ja, 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 ja. Aber sonst... Ich sag' nicht, dass ich grad in die falsche Richtung gelaufen bin. Ne, ne, du wolltest doch mal die alte Basis zeigen, hattest du doch vor. Naja, die hab' ich genau, stimmt, du hast recht. Wie du sagst. So, mal gucken. Das war die alte Base. Ramponiert. Und du hast doch nicht mal nen Hammer gerade dabei. Schade. Ich hab ja nix. Nix. Nur... Check jetzt hier grad mal die Lage. Nicht mal Kreider. Seid leider nicht dabei, aber wir werden nachher noch einen. Ein Radar können wir noch aufstellen. Ja. Vermutlich kommen dann wieder irgendwie Bären oder... Kirsche oder... Da hinten ist ein Wolf. Wölfe. Aber der ist nur lebe 10 einmal weg. Ja. 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 Okay. Gut, dass du sagst. Ja. 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 Ich guck mal, dass ich dann, wenn ich hier fertig bin mit dem Dingsbums... Ich weiß nicht, warum ich immer Schaden kriege. Gebirge richtig implementiert habe. Ja. Ja. Dann hab ich mal nebenbei schon Fasern, ne? Wenn ich die durch wasche. Naja, aber wie gesagt, vereinbar für ganz normal sozusagen. Schock. Ja, ja. Ich dachte so, als er geknackt hat, dass der Bär kommt. Jetzt musst du mit ihm erst noch interagieren. Aber ja, der Bär kommt, wenn du dich zurückbewegst, eventuell wenn du dich bist. erst tut er so als er alles cool ist und dann passiert irgendwas so und jetzt muss ich nur wo er gesagt hat muss ich einfach nur aufstellen aufstellen ja und dann aktivieren und das könnte etwas passieren gibt es da irgendwie einen anhaltspunkt wo ich es hinstelle ja auf so eine auf seiner plattform auf so ein soppel gedöhnt oder so er muss mal gucken und in der oder melonen gefunden keine kommentare was geht alles zum kopf erst waren es genug die walkies zu besteigen ich muss die area absuchen ja das ist gut das ist ein wie sieht denn dieser sockel aus fällt der sehr unnatürlich aus dem rahmen also ja es ist auf dem boden also ich habe mir darum keine gedanken gemacht statt vor so einem sockel dann habe ich darauf installiert gleich ist noch mal genau auf der karte ab so genau den punkt hinter dir müsste der irgendwo sein oder jetzt so jetzt da irgendwo sagt mir auch immer wie es aufstellen will es muss einrasten aber du bist fast am ausrasten das war auch gerade das was ich gedacht hier ist so eine freie fläche ist so eine freie fläche das ist so eine freie fläche da hinten Ach, guck mal, da ist so ein Reh und ein kleines Reh-Kitz. Lustiger ist, das Reh ist Level 6 und das Reh-Kitz ist Level 9. Ja, das ist... Anomalien hier auf dem Exoplanet. Ich hab keinen Plastisch. Die Altern rückwärts. Crazy. Geht das Geflämme schon los? Nein. Ah, jetzt bin ich unsere alten Hütte. Okay, unsere Hütte vom Sturm steht noch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die zweite Hütte? Ja, die zweite Hütte. Ich lauf jetzt quasi zu dir. Okay, ich suche einfach ab mit dem Teil, ob das irgendwo einrastet. Absuchen. Wie gesagt, das ist deswegen nichts, was hier vielleicht aus dem Rahmen fällt. Ich komm langsam in deinen Richter. Ja, ja. Noch so fünf Minuten, schätze ich. Wenn ich meinen Beutel gefunden habe, mein Beutel, wo ist das Punkt? Ja, wie gesagt, links sozusagen neben den, äh, nee, rechts neben den Stein. Ja. Ich würd mal ganz kurz hier schon mal ein Lager richten. Ja, das ist gut. Es ist nämlich schon 17.30 Uhr in-game. Ja, ich hab's glaub gesehen. So, und... Ich würd ein... Oh. Ja. Äh, das war mal jetzt anders. Ich platziere einen Pfosten. Und baue darauf sozusagen die erste Platte. Und dann ist der Rest sozusagen klar, wie es sein muss. Okay. Nee, weil das ist wirklich ein bisschen... Mit der Rasterung ein bisschen... Ja, nicht so... Alte Männer können so was nicht so runterkennen. Das ist ganz lustig, er sagt mir immer, you know what to do. Ich hab reinlassen, Schimmer. Bau halt irgendwas. Ja, ja, ich brauche ja. Oh, heute... Wir machen sogar mal mit einem Fenster. Oh. So ein Fensterladen gleich, Bastard. Ich will dann leider können. Können wir hier wieder ein kuscheliges... Das ist schön. Ja. Aber das ist auch aus Holz. Ich hatte vorhin nämlich aus Dings gebaut. Seltschlicherweise. Ich bin ja schon im Holz... Ach so, du bist schon im Holz-Zelt, Alter, angekommen. Ah, ich hab doch schon Holz hier. Ah, ich und mein Holz. Ich muss hier irgendwo gestorben sein. Ja, wie gesagt. Nein. Nein, ich sterb gleich wieder. Oh nein. Oh nein. Oh nein, ich hab keine Waffen in der Hand. Und hier ist wieder ein Wolf. Oh nein. Kannst du laufen im See? Ich renne so schnell, wie ich kann. Ja, warte, ich komme dir entgegen. Ich renne einfach irgendwo blind längs durch die Tromper. Okay, ich bin los geworden. Ja. Ja, da muss ich nochmal gucken, dass ich mir die... Da muss ich mal schauen, dass ich da was baue. Kann ich, ähm... Mal ein Holzspeer. So, jetzt geht's mal in den Kragen. Wenn ich jetzt hier noch... Ach, scheiße, das war groß. Schein und Bogen herstelle. So. Dann. So, also das Haus steht auf jeden Fall. Mein Bündel. Bündel. Oh, da kommen Rehe direkt um die Ecke. Mein Bündel. Oh, mein Schlafzahn. Fast, ja, fast, krass. Oh, guck mal. Ist ja eine Rabenmutter. Boah. Alter Schwede. Voll die coole Einstellung gerade. Hat sich den mit Pfeil und Bogen geschossen hab auf das Rehekitz. Seine Mutter ist schon abgehauen. Das kleine Rehekitz kam nicht so schnell zu Potte. Dann hab ich's... Ähm... Hab ich's abgeschossen. Und, ähm... Dann hat der umgeswitcht von der Perspektive auf den Pfeil, wie der es fliegt und das arme Rehekitz von hinten drückt. Crazy. Also. Danke für dein... Fleisch. Dann müssen wir nämlich gleich noch mal wieder... Ja, jetzt wird's auch dunkel langsam, ne? Ja, jetzt wird's dunkel. 19 Grad. Ich muss auch noch einmal ganz kurz Richtung... Richtung See leider, weil ich bin noch, äh, ziemlich low. Was Wasser angeht. Muss mich beeilen. Ja, ich auch. Ich auch. Ich auch, Durst. Ähm... Ach, aber wenn wir jetzt im Doos sind, das ist... Glück ist, wenn die zwei mal Wasser zu transportieren. Das ist... Aber... Ja, da wird auch noch kommen. Äh... Wir haben ja unsere Fackel. Ja, da können wir auch inlaufen nachts, ja. Ja, Wasser low. Das weiß ich selber. Ich beeil mich doch schon. So, kommen wir jetzt mal in eine Fackel. Ah, ich steh dich. Ich kann vorne bis dahin laufen. Ah, NN. Los, lass uns lieber rennen. Nein. 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 Vergiss er. Sehr schön. Der ist auch der nächste... Ah! Ah, okay. Der ist aber schon mal weg vom Fenster. Okay, eine Fackel habe ich in der Hand. Brauchst du eine? Brauchst du eine? Ich habe auch noch eine. Gut. Okay, jetzt erstmal zum Wasser. Sonst ist hier gleich ein Gelände. Ja. Okay. Ich habe nur noch ein Mikromuh. Da ist nur ein Hase. Ja. Hase, der Hase. Ist der Hase-Hobbit hier wirklich hinterher? Ja, der ist passiert. Das ist ein Killer-Kanis. Eindeutig. So, und die Steine? Wenn wir die Steine wirklich in Feuer, dann können wir nämlich noch das Fleisch abmachen. Mal drauf. Klose. Getrunken. Ähm. Ist das ein Apfel? Wir überleben noch die Nacht, ohne was zu trinken, oder? Ja, ja. Das auf jeden Fall. Das ist shit. Also ich würde zurückgehen. Die Orientierung ist halt der Spawn-Kund. Ja. Ja, gestern war es ein bisschen die allererste Nacht, hat uns gestern sehr überrascht. Ja, ziemlich. Und uns komplett im Dunkeln gelassen. Also man sieht ja auch hier, dass man eigentlich, selbst mit Fackel, nur 3,50 Meter weiter sieht. Doch, finster. Ja. Und dann kommen die Wölfe und weiß der Kuckuck. Ich habe, weiß gar nicht, noch nicht ausprobiert, ob die Angst vor Feuer haben. Also ob die generell nicht kommen, wenn man dann Feuer in der Hand hat. Also ein bisschen östlicher. Okay. Sind dann links, wo die ausfällt. Ja. Wir hatten gerade einen Zuschauer, der hat den Raum wieder fluchtartig verlassen. Ja. Ist man erstmal geflasht von so Premium-Content. Na, auf jeden Fall. Mal los und einen Kumpel zum Scheid sagen. Na ja, dass das Spiel nicht mehr hergibt, dafür können wir ja nicht. Wir haben es ja nicht programmiert. Wir spielen es ja nur. So ist es. So. Wir müssen jetzt hier hoch. Genau, wir müssen jetzt hier so links lang. Und dann... Oh, tricky, tricky. Ist ja nicht mehr ernst. Wir müssen dann hier nicht. Weiter, noch weiter, noch weiter. Weiter, noch weiter. Hier geht's hoch. Hier bei mir. Ja, ja, ja. Und dann siehst du gleich die Tumpe. Oh, cool. This is the place. This is the place. Dann können wir drin schlafen, oder? Dann legen wir unsere Schlafsäcke hin. Und dann, ähm... Oh. Hast du noch so ein... Pass auf, nicht, dass was... Oh, Wetter kommt. Oh, Sturm. Komm. Entweder wir legen uns ganz schnell hin und... Ja. Ja, äh... Lass uns das. Nicht übereinander legen. Dass uns die Schwerter kreuzet. Ja. Da kannst du auch drehen. So. Sitzen als Erscheinungspunkt. So, und sage ins Bett legen. Zack. Warte, wir müssen die Tür zu machen. Ja. So, Tür ist zu, Ding ist zu. Du kannst schon. Einlegen. Und... Sturm, Sturm sein lassen. Mal gucken. Mal gucken, ob die... So, was passiert denn? Du schläfst auch, aber... Wir haben nur in der Nähe eines aktiven Lagerfeuerstaffens. Das ist doch nicht wahr, okay. Ich gucke mal, ob ich eins in der Tasche habe. Ähm, natürlich nicht. Ist das, was ich nicht aufgenommen habe. Brauchst du Steine wahrscheinlich? Äh, warte. Ich kann aber eins auch. Ah, ich habe schon Steine dabei. Ich habe vorhin beim Laufen Steine gesammelt. Sehr gut, sehr gut. Aber wollen wir es hier drin machen? Das ist aber ein bisschen risky, oder? Dann brennen wir dann Nacht ab oder so. Dann finden sie nur noch unsere eigene Schatten. Aber jetzt brauchen wir es nicht weiter. Das geht ja aus. Okay. Gut, dann setze ich jetzt einfach hier in die... In die Hütte. Okay. Kriegen wir keine Monoxid-Vergiftung, ey. Das lässt du sehen. Das geht nicht gut. Wenn wir uns hinlegen, geht es wenigstens schnell. Weil es ist schwerer als lustig. Ja. In den Tipi-Zelten hat es ja auch funktioniert. Ey, Quatsch. Man kann ja auch die Oxi-Helme auf, ey. Ja, ich packe einen Stock rein und aktiviere das. So, jetzt ist es aktiviert. So, lass uns schnell hinlegen. Dann sehen wir es eh nicht. Ja, hier, hier Grillware rauf. Ja, warte. Zack. So, jetzt komm, leg dich hin. Ich schlafe schon halt. Ja, warte. Ich muss noch Grillware rauflegen. Grillware? Achso, willst du auch noch, dass wir Geräusche haben? Ja, klar. Das hier war ein abgegrillt. Was kriegen wir denn, schönen Fleischgeschmack? Nein, jetzt mal gucken, wie krass schwere Winde. Ich bin so gespannt. Wir können wieder nicht. Du kannst nur zu... Achso, es hört dann sofort auf, die Nacht. Aha, gut. Wir sind um 7 Uhr. Das wäre übrigens auch gestern so. Das würde dann einfach vorspringen. Ah, okay. Ohne Einspieler. Aber wir haben aber noch Sturm. Nimmst du mein Bett als Dingsherumster, als Spawnpunkt? Falls hier irgendwas kommt, wie Beeren, Wölfe, Löwen, Außerirdische. Äh, warte. Hier, du darfst die Ehre übernehmen. Ich hab mal diesen komischen Dings gebrannt. Oh, jawohl. Ich denke, ich hab's eh verkackt. Ja, ich hab's mal als Dings gesetzt. Sehr gut. Äh, willst du dein Fleisch runternehmen? Ist das gar? Oder meinst du, nach acht Stunden auf dem Lagerfeuer ist es... Es ist nur eins... Ey, es sind bis jetzt nur zwei durch, die anderen nicht. Extra, extra, das ist quasi sozusagen langsam. Ich hab's. Ey. Wassermelone. Ich hab grad Wassermelone gegessen. Das hebt auch dein Wasser um den gleichen Teil an. Nice. Warte, ich packe hier mal eine Wassermelone. Ich hab leider nur zwei. Ich packe hier mal eine Wassermelone hin. Wie kann man den Stack teilen? Ähm, Stapel teilen. Ja, und ich... Achso, wenn ich jetzt fallen lasse, fällt's dann schnell wieder durch den Boden, ne? Ach, ich glaub's einfach hier. So. Zack. Siehst du, dass es da liegt? Nein. Ich sehe. Stimmt. Das ist doch... Hoppelkotze. Wo ist denn das hin? Mit Ansage verschwinden lassen. Houdini! Oh Gott. Wir müssen aber, glaub ich, trotzdem ist das Feuer mal... Ähm... Ich mach mal das Feuer aus. Und, es ist weg. Ja. Okay, mach mal aus. Dann haben wir das Stockboost. Aber lass uns mal die Tür aufmachen, weil es ist draußen ganz dunkel. Also so wie es hier im Gebäck knapp. Brauch ich einen Hammer? Muss ich irgendwas reparieren? Kann man auch was gegenklopfen? Nein. Aber es ist besser, guck mal. Vorhin hatte ich einen Lee Anna, die hat nur 500 Haltbarkeit. Jetzt sind sie bei 1000 Haltbarkeit. Aber vor allen Dingen ist kaum was passiert. Ich glaub, wir haben... Du hast eine gute Stelle dafür ausgesucht, Alter. Hartfinder. Naja, und wie gesagt, die doppelte Haltbarkeit ist schon gut. Okay. Ähm, ich kann übrigens auch gerne lernen, beim Technikbaum. Ah, ich, äh... Ich leider nicht. Ich bin einmal gestaumert, wurde wieder auf 4 zurückgesetzt. Das wird nie was. Mit eben, level ab, wenn man stirbt. Schwierig. Ähm. Was mit der Wassermelone nervt mich? Ich musste vor sie in den Sturm und diese Wassermelone suchen. Die ist hier draußen. Die ist durch die... Durch die Wand gerollt. Du hast ein paar Spaltmaße gelassen. Am Stein. Winkelte Holz. Wand. Okay, jetzt bin ich... Huuu, das ist der. Das ist im Sack. Probiert zu hämmern, aber nichts passiert. Mein Holz, mein Holz haben wir das. Nein, ich muss immer einen Holzhammer bauen. Warum ist jetzt auf einmal alles im Eimer? Das war die, äh, Böe scheinbar. Die da richtig reingezimmert ist. Das ist, äh, nicht so schön, würde ich mal sagen. Ich stelle uns einen neuen Hammer her. Der Hammermeister. Ich habe auch einen Hammer. Ja, gut. Du musst ihn aber nicht neu herstellen. Du kannst auch, wenn der Inventar bei dir liegt, kannst du den auch immer, ähm, einfach mit rechts klicken. Dann gibt es die Möglichkeit zu repären. Achso, das kannst du destroy. Wenn du nur auf den Einholz oder so. Deswegen destroy das Inneren und baust wieder. Hatte ich das auch gemacht, aber... Okay. Ich werde jetzt nochmal... Genau, Eroin. Eroieren, wenn wir nicht in, 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 im Druck sind und unsere Hütte... Äh, äh, ähm, am Wegfliegen ist. Ja. Ich klopfe vorher ein bisschen gegen die Tür. Ist gesund. Hauptsache gesund. Ja, ja, Hauptsache gesund. So. Also. Ähm, gut. Oh, Oxi-Action rein. Wenn nicht Oxi-Action. Okay, ich habe, glaube ich, noch Oxi-Actioner. Wenn ich sie hinwerfe, dann ist es weg. Ähm, ich teile den Stapel und... Und lasse fallen 25 Stück. So. Ah, liegen sie. Okay. Jetzt will ich auch wieder Oxi-Actioner. Ist nicht voll. Ähm, Lagerfeuer habe ich mit. Okay. So, dann lass uns mal rausnehmen. Ich glaube, der Sturm... Die Wasser... Äh, warte mal. Nimm mal die Wassermelone. Dann kannst du... Also nimm mal, ähm... Pop, 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 schlappel teilen. Eine Wassermelone hier. Dann kannst du gleich einen Wasservorrat wieder auffüllen. Wo ist sie hin? Ich habe sie auch genommen. Ich dachte, sie ist in das Haus gerollt. Ich dachte, das ist der Fluch. The Curse of Wassermelone. So. Sehr schön. Und das Bauenpunkt ist da drin. Okay. Los geht's. Achso, du suchst dir diesen Punkt. Ja, warte, ich will es suchen. Jetzt ist es up to you. Aber ich bin hier nämlich schon rumgelaufen. Ja, wahrscheinlich ist man hier. Am besten will ich... Hol mir da unten noch ein bisschen Oxi-Action selber. Oxi-Action. Das ist ja doof, wenn es hier nicht angezeigt wird, dass man es da hinstellen kann. Ja, da hast du recht. Nein, das war einfach, äh... Ne, 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 Plattform. Das war nur das Tutorial, ne? Jetzt muss man hier jeden Stein, ähm, umgraben, um zu gucken, ob es dann, äh, da zu platzieren geht. Okay, na, 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 na. Das kann aber nicht sein. Nein, das kann nicht sein. Ne, will ich nicht vorstellen. Muss einrasten. Ist das vielleicht irgendwo auf den... Auf den Steinen? In dem ganzen... In der ganzen Area von diesem... Von diesem... Von diesem Atom-Zeichen. Ja, Atom-Zeichen wollte ich gerade sagen. Ich wollte es bezeichnen, aber es war keine Atom-Zeichen, es hat nur einen Flügel. Sieh zu, was du herausfinden kannst. Ich muss hier draufstehen. Twitch-Chat. Ich hatte vielleicht eine Idee. Twitch-Chat. Leute, kommt, gib Gas. Wer hat die zweite Mission gespielt und weiß, wo man das Ding einrasten lassen kann? Oh, da ist schon wieder mal weh. Ähm. Das ist ja seltsam. Präzisere Daten wirst du nicht mehr bekommen. Ja, dann hör doch auf zu labern. Sagt auf, wo ich das Ding hinstellen soll. Data sagt, this is the area. Now it's up to you. Ja. 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 Jetzt liegt es bei dir. Mhm. Ja. 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 Habt ihr was vergessen hier einzu... Er will uns triggern. Er will uns triggern. Die da irgendwann mal vor 10.000 Jahren gebaut wurde. Ja. Das bringt hier nichts. Kann man hier nicht durchlaufen und alles wegmachen. Gebüsche oder Dings. Alles. Vielleicht hast du das Haus da drauf gebaut. Ja. Das hab ich ja schon gesagt. Ja. Ja. Das wär natürlich super. Dann hauen wir das Haus weg. Ja. Bis dahin ist es. Ja. Ich bin ja immer noch in the Zone. Okay. Die Zone geht ja bis... Bis hier zum... Vom Felsenrand rein. Warte. Wie weit noch? Wir stehen da oben. Jetzt bin ich out of the zone. Jetzt muss irgendwo... Ob du den Busch wegrupfst oder nicht. Du siehst genauso wenig wie frei. Du drehst dich gefühlt um und da sind schon wieder Busch. Mit Schlagchen in den Schneiden in so eine Vertiefung und dann kannst du es einrasten. Ja komm her. Ja ich ramm's auch gleich unangespitzt in den Boden einfach. Ich ramm's auch gleich unangespitzt in den Boden einfach. Ey dann... Ich klem's dem Hirsch einfach aufs Geweih. Hier rein. Da ist es noch. Da ist es. Stimmt. Und? Und? Schade. Was lustig ist. Er passt auf den Winkel so an. Schiff das ist. Na gut. Aber dann bin ich ja froh, dass das nicht ganz so gleich zu erkennen ist. Und vergleich zu... Feuer. Data says this is the area. Now it's up to you. Ja, now it's up to you. Gut, dass das die Daten sagen. Ne, da sind ja froh, dass das die Daten sagen. Ich möchte mal die Hütte abreißen, aber... Reiß die Hütte ab. Ist ja schnell wieder gebaut, oder? Der Baumeister baut auch schnell wieder neue Hütte. Reiß die Hütte ab. Wahrscheinlich ist es sowieso nicht drunter. Kann ja nicht. Kann ja auch die Hütte aber gucken. Da ist ja nichts drunter. Ich kann auch denen das Terrain abscannen unter der Hütte. Äh, nö. Da. Okay. Tut sich genauso wenig. Tut sich einfach nichts. Also vorhin war es hier auf dem... Das zweite Ding war hier auf dem Felskamm. Das war relativ... Hier in der... Klar erkennbar. Aber es wird wahrscheinlich auch hier klar erkennbar sein. Ja, ja, ja. Ganz klar. Wenn man alle Gebüsche gefällt hat, wird es klar erkennbar. Wie die alten... Als die alten Augen nicht mehr mitmachen. Ja. Wir springen jetzt einfach mal hier runter. Mal gucken, ob hier unten noch was ist. Ja. Ja. Das war alles schwierig eigentlich. Bin ich zu blöd, so einen... Inzufinden? Komm mal zurück. Ich komm zurück. Hab ich da ein Loch reingehauen? Ja, du hast jetzt ein Loch... Du hast da ein Loch reingehauen und ich steck das jetzt da rein. Da hinten unten? Das ist wahrscheinlich nix besonderes, ne? Das ist nur... Ich glaub das ist außerhalb vom, oder? Na ja. Na ja. Du hast da ein Loch reingehauen und ich steck das jetzt da rein. Was meinst du hier auf diesem Felsen? Na warte, ich komm an die Kante wieder. Leider... Ja ja. An dem vorderen Felsen. Leider nicht. Ähm. Jetzt bin ich auch ganz knapp. Out of the zone. Das macht doch keinen Spaß. Ähm. Sorry. Survival-Game und nicht hier... Such dir den Ast ab. Kontaminierte Nahrung. Eieiei. Glaub ich, wenn ich gleich kotze, dann... Okay. Die Wassermelone war nicht ganz... ganz... ganz knuspernd, die ich mir gegeben habe. Wie... Du sagst, das war nicht noch 10 Stunden lang im Inventar rumtrat. Wieso das denn nicht? Bist du allergisch gegen Wassermelone? Aber was passiert eigentlich, wenn ich mir in den Helm kotze? Ja. Du hast dann so ein kleines kotze Männchen, ja. Das ist aber... Ja. 286. Get searched. Get searched. Ja. Die Mitte durch. Ja. Finde ich schon. Get searched. Wir haben noch. Man muss doch irgendwie präziser... Weiter ranzcrollen. So... Dieses ranzcrollen, ne? Das ist irgendwie so irgendwie voll für'n Arsch, ne? So, weiter geht's nicht ran. Was... Was soll das? Haben sich die Leute dabei gedacht, so? Okay. Ähm... Fällenbaum. Vielleicht ist es, äh... Wenn du den Baum fällst, dann drunter. Kann die... Die Karte ja aber auch gar nicht... Kann ich die nicht bewegen? Doch. Mit Rechtsklick. Aber... Äh... Das bringt nichts, wenn du nicht weiter anzoomen kannst. Dann ist das einfach... Was für'n... Für'n Hintern. Für'n Hintern. Ja, aber das kann ja jetzt auch nicht jeder irgendwo in deinem Dingsbums sein. Mann, wir können ja nicht... Guck mal, es ist 10 Uhr. Wir haben jetzt hier schon drei Stunden ingame. Also... Die Zuschauer werden hier schon... Schon zappelig hier. Der Vita... Der ist hier schon am ausrasten. Ja, nun... Ähm... Wir haben schon mal so'n Teil platziert. Ähm... Beim Platzieren... Also wir haben hier auf der Map... Guck mal... Auf der Map siehst du... Ähm... Rechts, wo wir stehen, ist ne... Ist ne... Ist ne Area. Links, ganz unten ist ne Area. Und in der Mitte war auch eine. Und die in der Mitte haben wir schon mal platziert. Und da war... Also da war die selbe Stimme. Der meinte auch so... This is the zone. Hier... Ähm... Aber da... Wurde es dir angezeigt. Und das war hier so am... Am Felsen. So natürlich. Normalerweise braucht ihr auch ein Radar, wenn du es hinstellst. Irgendwie... Ne Verbindung. Oder beziehungsweise Freiraum. So schätze ich mal. Also... Ne? So... Verständnis eines... Eines... Eines scannenden Radars. Da war das hier irgendwo. Aber... Ich kann damit nichts machen. Kannst nicht... Dann... Dann hat es sich auch ausgeklappt. Und dann konntest du es platzieren. Und dann ging es ab. Also das ist ja doof so. Ne... Der Chat eskaliert schon. Kein Twitch Spiel. Schreiben wir gleich hier... Einen... Mängelbericht. Komm wir machen Räuberleiter. Du steckst... Oben auf das Haus. Und da ist es dann. Du hast es einfach oben aufs Haus gebaut. Ich geh das jetzt nochmal ganz strategisch ab. Willst du aufs Haus? Von... Ne? Jetzt immer von... Die... Und die Rasenkante jetzt lang? Hier komm mal. Ähm... Geh du mal da... Geh du mal da drüben die Area lang. Also sprich auf der anderen Seite von dem... Von diesem Atomzeichen. Das ist die Zone. Es ist irgendwo irgendwo. Ach ey... Kann man oben rauf laufen? Kann man oben rauf laufen auf den Felsen aber... Nicht dass es hier oben auf dem Felsen ist. Schau mal gucken. So das war jetzt die... Krass... Die Kante bin ich schon abgelaufen. Jetzt gucken wir mal... Oh... Was wäre hier Faser? Ist hier gerade grün aufgelaufen? Ah ne ist fahren. Okay. Wenn das jetzt hier doch auf dem Haus ist, ne? Oder unter dem Haus. Dann krieg ich die Krise. Kannst du... Drück mal nochmal G oder so? Oder... Nix. Da nicht... Nix. Wenn es geaktiviert. Oder ein Teil. Nix. Ich kann auch nur den Gegenstand ablegen. Oder halt eben platzieren. Aber platzieren sagt ja immer... Didy dude. Didy dude. Didy dude. Didy dude. Didy dude. Da ist ein Räck jetzt. Ja wir brauchen was. Ach mein Wasser ist low. Das ist eine Wasser. Meine letzte Wassermelone. Das hat nicht viel gebracht. das ist aber so ich muss mir nicht mehr kotzen alles gut ohne kotzen jetzt komme ich schon außerhalb der wir müssen noch gar nichts erfüllt travel to the location so was spezielles dafür gelernt haben oder ist es wirklich so baut hier alle felsen aber unterm felsen ist dann die das kann ich mir als tutorial nicht vorstellen dass es so schwer macht also ich meine tutorial ist ja nicht wirklich wir spielen die zweite mission aber so eine erklärung dazu sein ich fress mal nebenbei ein paar möhren ich muss zum see ich muss was zu trinken holen naja ich komm mit go go schade dass es struggled ich sehe es auch überhaupt nicht als erforderlich so was zu verstecken also ne reicht ja bis hier hoch zu kommen ne finde ich auch vor allem wenn du noch die dritte dingen machen kannst du kannst es ja so machen dass du weiß ich was relativ eindeutig und nimmst den busch weg und dann ist es so dahinter oder so aber das hier ist etwas jetzt auch verpackt vielleicht ganz knusper aus dafür dass es also in mancherlei hinsicht nur wenn hier auch zum beispiel steht irgendwie habe ich gerade fleisch gegessen und steht dann so icon missing das ist ja wie bei nur die übersetzung vor allem was komisches gestern hatte ich sowas noch nicht also jetzt gab es ja gerade ein update so getrunken haben wir was getrunken sammeln wir hier wir brauchen dieses blaue zeug immer für die für die dings hier für das hier muss man das hier mal rein machen also für den anzug wir brauchen einmal anzug zeug einmal lebensmittel die wir pflücken können wir können hier kaffeebohnen und kakao oder auch irgendwelche sträucher ernten und im inventar wird es dann hier aufgeführt haben wir zb fasern kommt von den büschen stöcker kommt eben von den kleinen bäumen und so ganz auch ganze holzscheite benutzen du hast hier so ein herstellung street was alles kraften kannst und du hast hier ein technik baum den du ja mit jedem level aufstieg ich bin jetzt bald level 5 weil ich dreimal gestorben bin fang immer wieder neu am level leider an du kannst dann hier sachen frei spiel mit dem level bekommst du drei punkte und kannst dann neue sachen frei spielen die danach herstellen kannst und du hast hier talente die du noch mal extras gehen kannst also ein paar so ein paar wollen wir ganz kurz mal einmal auslocken und wieder rein das wäre vielleicht ein vorteil was machen wir da oben stehen oder und wir müssen halt immer auf nahrung und flüssigkeit achten flüssigkeit bekommen wir bislang nur aus sehen und können sie noch nicht transportieren außer in wasser in form vom wassermelon ansonsten wird man wahrscheinlich irgendwas sowas wie ein trinkschlauch also herstellen können wir haben ja schon möglichkeit lagerfeuer und fackeln und so zu bauen das heißt hier wird es im rhythmus von einer stunde oder so hell und dunkel du siehst oben rechts die die zeit die in-game zeit das ist jetzt hier 12 u 27 auf dem planeten und wir haben insgesamt sechs tage und drei stunden zeit um die mission abzuschließen was da oben steht bei dem kompass die sechs tage und drei stunden beziehen sich auf die realtime also die laufen auch wenn man ausgelockt ist die erste mission hat gestern so eine stunde oder so knapp gedauert die zweite mission da sind wir jetzt schon sozusagen zwei zwei stunden dran zweieinhalb bestimmt noch zweieinhalb stündchen gestern hatten wir auch schon anderthalb wahrscheinlich reingesteckt ja 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 na gut du musst du auch erst mal viel kennenlernen und so was kann man alles machen und ich werde in norden und die südlich gelandet und die nacht die ist halt wirklich stockfinster also wenn hier nacht kommt dann siehst du oben noch den sternhimmel und danach ist nacht nacht wenn du kein lagerfeuer hast kannst du eben auch nichts mehr aufnehmen oder finden jedenfalls nur noch mit glück und dann kommen auch wölfe und und gibt es auch noch so krone und zu mir weil hier ist so ein komischer überstand da links auf den überstand und da überstand nein 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 Aber guck mal, ich hab extra ne Schräge gebaut, dass wir nach oben haben. Das ist natürlich geil, das ist so ein bisschen hier Fortnite. Bauen, bauen. Okay, wollen wir auslohnen? Ja. Okay, wir loggen kurz aus und dann loggen wir hier wieder ein. Das hat ja keinen Wert. So. Stopp, das ist weg. So, zurück zur Charakterauswahl. Ich glaub weiter ausloggen müssen wir wahrscheinlich nicht, oder? Ganz aus dem Spiel raus. Nö, nö. Gut. Achso, man kann ja auch verschiedene Charaktere irgendwie erstellen. Das ist wahrscheinlich ganz witzig, wenn sie verschiedene Skills oder so, ne? Ja, wahrscheinlich. Es gibt ja so einen Solo-Talentbaum und dann gibt's nochmal sehr ausdifferenzierte Talentbäume, die, glaub ich, eher fürs Teamplay ausgelegt sind. Mhm. Ich glaub, da steckt schon eine Menge Möglichkeit drin, dass man halt so einen Solo-Charakter hat und vielleicht einem Team. Also, so haben wir es jetzt ja auch gemacht. Mhm. Sprich, DAX hat, ja, Lagerfeuer geskillt und ein paar Sachen an Werkzeug und so geskillt und Lagerfeuer geskillt und sterben geskillt und deswegen hat er da nicht so viel geskillt. Und, äh, ich hab mich auf den Hausbau konzentriert und, ja, deswegen. Das ist, glaub ich, so in der Interaktion von mehreren Leuten sehr, sehr lustig. Ja, man kann's bis zu acht spielen in einem Ding und da macht's wahrscheinlich Sinn. Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob die Missionen sozusagen skalieren oder ob die nachher so sind, dass man, äh, unbedingt es ohne vier oder so gar nicht schafft. Also, kann natürlich sein, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, ob du alle Missionen zu zweit schaffst oder ob die nachher ausgelegt sind, sowieso zu mehr zu spielen, keine Ahnung. Ja, das müsste man dann mal gucken. Ne, aber vor allen Dingen ist es, es gibt sozusagen immer ab, äh, jeder Zehnerstufe neuen Talentbaum. Mhm. Und ich hab halt geguckt, du meinst ja vorhin Trinkschlauch, den gibt's dann sozusagen, ähm, ab Level zehn, beziehungsweise da kann man dann, ähm, Talente in den entsprechenden Talenttree, ähm, investieren. Kann auch sein, dass es dann halt erst ab elf oder zwölf oder vor Talente freischalten muss. Aber ich glaub, den kann man relativ früh machen. Und, ähm, gerade wenn man sozusagen am Anfang von den Leveln steht, also, wie gesagt, jetzt so vier und sieben oder so, ist das, glaub ich, mal ganz gut, sich das aufzuteilen. Danach wird's wahrscheinlich auch eh nur noch Doppelungen geben, weil man, so wie's aussah, fast den ganzen Talentbaum mehr oder weniger so ein bisschen durchskillt. Dann müsstest du mich dann nochmal einladen. Ja, ich bin noch nicht drin. Ah ja. Ähm, das ist hier diese schöne Steam-Einladung, wo man dann über Steam einlädt. So, ich lade dich ein. Ja. Zack. Okay. Sieht aus wie vorher. Nein! Gibt's dafür eine offene... Woher der Teil braucht? Äh. Huh? Google. Peter, Google doch mal! Zurück zum Schlafgebiet. Vielleicht gibt's da schon, äh... Ah. Ähm. Es ist komisch. Es ist komisch. Es ist komisch. Also, ich platz das Teil. Teil, geh mal auf Reparieren, ey. Kannst du das vielleicht reparieren? Bei deinem... Es ist Farmer-Sterben kaputt gegangen. Nee, es ist leider vorher repariert. Aber das Gute ist, ich bin noch nicht mal im Game und ich hör schon den Sound. Oh, es ist hier irgendwo in der Nähe. Hä? Hä? Crazy, ne? Ich steh auch hier oben und ich sehe nichts, was in den Verdächtigen auswirkt. Hä? 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 Ich geb es dir nochmal in die Hand. Vielleicht, äh... Findest du durch Triefel nochmal den Spot? Ja. Vielleicht müssen wir das, äh, durchwechseln. Ja, ja. Ja, ja, genau. Es war bei mir, es ist unter, unter G gewesen und dann kannst du es auch, äh... Jetzt, äh... Plätziert ist quasi der Lari. Es muss einrasten. Ja, ja. Du kannst dann leider auch nichts machen. Du kannst nur wegwerfen. Was, was meine, ähm, Priorität jetzt darauf wäre, das Ding darüber wegzuwerfen. Oder, ähm... Es wäre jetzt doch der Oberhammer, wenn das jetzt doch unter dem... unter der Hütte ist. Ich bin nicht so ein Trottler. Aber es ist schon 1339. Schaffen wir die Leute zu bauen, ja, ne? Dann... So. Okay. Wir haben Äxte, wir haben Dings. Ich, äh... Fäll jetzt hier mal ein paar Bäume. Fäll lieber die Hütte. Ich... Schöne, wir werden es vielleicht in Zeit... Just in Time noch in die andere Dings schaffen. Das ist in eine andere Richtung. Inventar ist vielleicht... Das würde vielleicht vorher mal drauf glatzen. Man kann ja... An der rechten Seite nochmal die Karte verändern. Im... Im Aussehen, aber... Ich sehe nicht, was das an uns bringt für unsere Unterfangenheit. Leider nicht. Ich geb... Geschi... Mord... Bibi... Warte, warte... Ähm... So. Der Vita hat nen Mord. Wer ist der Mord? Oh! Der kommt auf uns zu! Der kommt auf uns zu! Was ist der? Ein Wolf! Ein Wolf! Ein Wolf! Für oben! Auf! Nice! Oh! Du schießt den Arm! Der kommt zu mir! Was ist das denn? This is the Zone! It's around here somewhere! Nice! Well... Here we are! You know what to do! You know what to do! You know what to do! Ja, natürlich! Ja, wir stecken das jetzt genau da rein, wo er... Und dann kommt wahrscheinlich hier noch ein ganzes Wolfsrudel! 100 pro! Wenn das Rudel rollt! Ne, wenn das Rudel... Wenn der Rudel rollt! Wie hieß das? Ja, wenn der Rudel rollt! Wenn das Rudel... Jault! Okay! Jetzt nehme ich da eine schöne Hütte her aus dem Arm! Äh... Haben wir noch einen Schlafsack da drin zu liegen? Ja, haben wir noch! Den muss ich aufnehmen! Äh... Müssen wir aber unbedingt dran denken, den äh... Bevor wir hier Action machen... Den wieder zu placen, ne? Sonst, wenn wir hier sterben sollten, oder einer von uns... Starten wir am Arsch! Ja! Das ist eine stabile Hütte, die du gebaut hast! Hallo, beide! Den brauche ich ja hier bis 17 Uhr! Ich bin schon ganz erschöpft! Ich habe kein Wasser gebraucht! Wir brauchen schon wieder Wasser! Guck mal nur, dass du die Bodenplatten machst! This is the zone! It's around here somewhere! Ich nehme noch... Dann mache ich nur die Bodenplatten! Ich will jetzt nicht wissen, wo ich gerade probiere, ob es eine rastet! Aber es passt auch nicht! Ja, ne, ich will hier unten probieren und du bist leider davor! Das war nicht! So! Ah, guck mal! Vielleicht ist das so ein Riesen-Corona-Test-Stäbchen! Guck mal, mit der Nase her! Ja, warte! Meine hat eine große Nase! Ich kann ihn wegschmissen! Das sieht aus, als ob es so ein Riesen-Test-Stäbchen ist! Guck mal! Mit der Nase her! Ja, warte! Meine hat eine große Nase! Ich kann ihn wegschmissen! Ja! Reicht das nicht eigentlich auch, wenn man es so baut? Also... Weiß ich nicht, ob es der von unten zieht! Ich weiß auch! Gut, es ist leider nicht so von Erfolg gekrönt gewesen, ne? Ja, aber den Rest musst du nicht abreißen! Nein, ich brauche sie! Ich habe sie repariert! Achso! So! Weil wie es aussieht, wenn wir die Nacht hier verbringen! So! Ich leg... Achso! Soll ich ausprobieren, ob man sich den Schlafsack da unten hinlegen kann? Vielleicht wissen wir uns gar nicht! Vielleicht wissen wir uns gar nicht! Also vielleicht... Sagt er denn, das geht nicht? Doch, das geht! So! Ich platziere ihn da! Aber das ist schon ein Umballon! Kannst du es? Auf jeden Fall! Das ist... Den Schlafsack machst du mir als Spawnpunkt? Auf jeden Fall, dass irgendwie wir... Ja, ja! Das ist richtig bescheuert! Und das Problem ist, ich brauche schon wieder Wasser! Ich muss schon wieder zum Fluss runter! Wieso bist du eigentlich halb voll? Warum verliere ich mehr Wasser als du? Und warum liegt der Strom? Weil ich glaube ich bei den Talenten... Achso! Kannst du auch so reducen? Ich habe Gewichtskapazität... Ich habe noch gar nicht so viel... Ich habe hier noch 6 Talentpunkte in den anderen... Verfügbar Technikbaum habe ich schon ausge... Also man hat ja auch mehrere Möglichkeiten! Einmal Technikbaum... Das sind die Sachen, die man bauen kann! Und Talente sind halt so... Wie gesagt... Ressourcen gibt es... Erkunden gibt es... Jagd gibt es... Und Landwirtschaft und Kochen gibt es beim Überleben... Also vier beim Überleben... Beim Bauen gibt es nochmal 3 Talent Trees... Beim Kampf gibt es nochmal 4 Talent Trees... Und dann gibt es nochmal 1 Solo Talent Trees... Da sind aber... Hier steht auch... Die Solo Talente sind jetzt hier nicht aktiv... Das heißt... Da wird wahrscheinlich darüber so ein bisschen die... Balance des Spiels geregelt... Vielleicht gibt es irgendwo das Talent... Dieses Teil wieder auf... Den... Natürlich! Bei... Erfordert Stufe 38... Das ist wirklich echt nervig... Das ist mehr als... Mehr gerne... Also... Sorry... Aber das ist... Das geht gar nicht so... Oder wir sind einfach wirklich doof... Ja... 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 Bestimmt... Das... Einzige was ich nicht glaube dass es ein Bug ist... 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 Wenn ihr wohl nicht in der zweiten Mission einen Bug einbauen oder? Dann würde ja keiner in die dritte Mission kommen... Ja... So... Gleich wieder am... Am See... Gut... Dann geht's zurück... Ja... Dann... Dann wechseln wir uns ab... Gibt's irgendwie Möhren... Kürbisse... Kürbisse ist auch gut... Kürbisse ist auch gut... Nahrung konsumieren... Rohes Fleisch... Hm... Kannste konsumieren... Es ist roh... Es ist roh... Es ist roh... Aber man kann's konsumieren... Jaja... Du kannst auch... Es gibt sogar ein Talent... Hab ich gerade gesehen... Da kannst du sozusagen die... Ähm... Die Nährwerte sozusagen von rohem Essen erhöhen... Aha... Okay... Niemand heißt der kocht... Oder selber nicht kochen kannst... Und wir können nachher auch Tee kochen... Ich hab Teeblätter... Und man kann auch Gorse Flower in... Ein warmes... Ein warmes Getränk wandeln... Also... Wahrscheinlich auch sowas wie Teeblätter... So... Gibt's gute Ideen hier... Ich weiß nicht ob das... Er hatte gerade noch ein bisschen Oxid... Sollst du das mitbringen an Oxid... Oder hast du noch... Bestimmt... Ja wahrscheinlich... Sterbe ich gleich noch... Ne... ich hab noch Kunt... Okay... Ah shit... Krass... Alter... Der Wolf... Der Wolf... Der Wolf... Der Wolf... Der Wolf... Oh nein... Peter... Peterchen... Peterchen... Warum hab ich jetzt so einen wenigen... Das hab ich noch nicht verstanden... Ich hab so... Achso... Jetzt bin ich doch vergiftet... Bin ich doch... Kotze Männchen unten links... Äh... 225 Sekunden... Kotze Männchen... Okay... Wetter kommt... Oh oh... Sturm... Und ich muss noch zu dir nach oben... Äh... Vor allen Dingen... Ich bräuchte Wasser eigentlich... Ich komm mal zu dir... So... Sollen wir... Gemeinsam laufen... Ne ne... Mach du mal... Wenn wir uns treffen... Dann geb ich dir das Teil... Dann kannst du noch mal suchen... Oh ja... Such ich mal ne Runde... Bis wir nicht haben... Könnt ihr mich triggern... Böse Wörter zu sagen... Das... Böse ist die Unfallung... Ja... Okay... Nicht ganz so ausfallen... Bitte... Ich glaub wir sind vorbei... Gerauscht... Das könnte sein... Ja... Wir sind... Ups... Machst du schon mal Feuer? Ach ne... Ich hab das Feuer glaub ich vermieden... Au... Mach neues Feuer... Naja... Ich mach neues Feuer... Ich hack dir den großen Stein... Au... Was ist passiert? Halt, halt... Halt, halt... Halt, halt... Alter, halt... Ich bin los... Warum das... Wo bist du? Ich hab Falsch haben bekommen... Oh nein... Wo bist du... Wo ist denn der Timer... Wo man sieht... Über... Über dir sozusagen... Der einzige... Die einzige Zeit... Der läuft... Ach ne... Ich glaub du kannst mich noch aufheben... Ja... Ich... Ich runne... Leider bin ich immer noch... Kotziboy... Zum Wiedererscheinen halten... Aber ich hab doch den Spawnpunkt bei dir... Das müsste doch gehen, oder? Das... Soll ich ausprobieren? Wo bist du... Siehst du mich? Äh... Ich bin auf der... Ach ne... Auf der Freifläche... Den Hirsch sehe ich auch... Ja... Dann komm mal nach rechts... Rechts von dir... Rechts von dir... Äh... Rechts... Nach weiter rechts... Geradeaus... Ja... Ja... Da... Da... Ich bin... Ja... Ich bin zum Gebüsch... Ich bin zum Gebüsch... Zwei Gebüsche weiter... Ja... Ja... Hinter dir ist der Wolf... Nein... Okay... Warte... Den hab ich... Nicht gesehen... Oh no... Okay... Ja... 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 Ah... Und vor allen Dingen... Das geile ist... Ich bin wieder... Ich bin kurz bei Level 5 Aufstieg... Ich bin wieder bei Level 4... Ich krieg die Welt im Spiel dann aber mit dem Krise... Tut mir leid... Er ist wirklich... Schwägerpunkt erreicht... Ich steige seit... 5 Stunden... Also nicht einmal auf... Ah... So... Wir müssen da hin... Und vorher müssen wir... Was bauen... Aus... Holz und Geduld... Ne... Draußen kann ich gar nicht laufen... Richtig... Ich komm gar nicht voran... Wieso nicht? Er kann mich fast gar nicht bewegen... So nicht... So klein... Schwäglich... Kleidersch... Warum das nicht? Keine Ahnung... Oh doch... Ich hab auch gar keinen Hammer mehr... Boah... Der passt in den Baum... Auf den Kreis... Ach... Nein... Boah... Alter... Aber... Sturm ist gleich durch... Es ist vorbei... Trotzdem hab ich gebraunes Bein... Ah... Verbände aus Faser... Oder... Ne... Du kannst glaube ich so ne Schiene haben... Künstliches Bein... Da kannst du so ne Schiene bauen... Ich... 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 Ich sammle dir so ein Ast drin... Dann kann man ihn ablutieren... Dann mach mal stattdessen... Ne... Es gibt wirklich eine Schiene... Die du hier bauen kannst... Hingefnissen... Was greifst du denn so an? Alter... Man sieht die gar nicht... Aber du... Spielst auch in den Dings... Ich spiel immer in Third Person... Sonst siehst du wirklich gar nichts... Bin wieder down... Schon wieder kaputt... Der Wolf... Der gleiche hat mich wieder getötet... Level 26... Ein bisschen höher... Ja... Dann müssen wir jetzt gleich... Äh... Ich kann mir dieses Third Person nicht antun... Da siehst du aus wie so ein aufgesetztes... Du 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 du... Ah... Wenn man nix sieht... Ist halt auch ein bisschen komperlos... Ja... Scheiße... Hallo... Da bist du ja... Der Vita ist ausgestiegen... Er hat keinen Bock mehr... Das Spiel... Das ist die Sache voll... Das ist voll gestiegen... Hier... Ah... So... So... Okay... So... Okay... Das schwimmen wir hier hin... Unser langsam zerfallenden Hitter... Oh, da haben wir ohne irgendwas... Sehr schön... Oh, da haben wir auch... 43 Sekunden noch... Dann ist mein Bein wieder ganz... Ach so... Ist halt schon alleine... Das ist ja... Ja... Wie passiert's in der Natur... Leid auch von alleine... Das ist... Ähm... Nicht ganz so gute... Ich will jetzt keine anderen Wörter nutzen... Mein Schlafsack ist weg... Das heißt... Wir können uns sogar nicht... Beide hinlegen... Und es wird gleich dunkel... Ah... Wir brauchen... Wir müssen ganz schnell raus... Ja... Farben dafür können wir nicht... Weil ich brauche ganz viel Leder... Jaja... Ne... Das ist mir schon klar... Aber wir müssen zumindest irgendwie... Komm... Lass uns noch schnell was für eine Fackel bauen... Ähm... Wir brauchen Fasern und Stöcker... Hast du eine Fackel oder brauchst du eine... Ich krieg dir sonst eine Fackel... Ich hab gar nichts... Ich... Ich... Ich kann auch keine Fackel bauen... Ich... Ich... Ich brauche noch mehr Fasern und Stöcker... Fasern und Stöcker... Oder kann ich... Wenn du den Charakter von der Seite siehst... Siehst du mehr? Ja... Finde ich jetzt nicht... Finde ich schon... Weil der Ausschnitt viel größer ist... Kann so sein... Aber du kannst den Bildausschnitt vergrößern... In Einstellern... In Einstellern... In Einstellern... Field of View... Wo ist es... Wo ist es... Wo ist es... Ich kann leider keine Fackel bauen... Ich hab keine Stöcker... Ah... Doch... Eine kann ich bauen... Ein Glück... Ich bin ja in Deutschland... 76%... Ist auch geil... Englisch 100%... Deutschland 76%... Hm? Als was... Kannste die... Sprache... Äh... Oh Mist... Jetzt ist ich fast wieder gar nichts mehr... Wo bist du denn? Ich bin zurück bei der Hütte... Sonst läuft... Ja ja... Ich steh... Ich bin hinter dir... Okay... Aber da sieht man ja dann doch relativ viel... Auch... Auch von hinter ein... You made it... You made it... Ja wenn du die... Die Sichtweite... Auf You... Mehr machst... Äh... Äh... Hast du noch eine Fackel? Was brauchst du für die Fackel? Äh... Stöcker brauchen wir noch... Stöcker und Fasern... Ich glaub Fasern hab ich noch genug... Ich hab 5... Stöcker und 48 Fasern... Ja ich kann herstellen... Warte... Zack... Äh... Hier... Hier... Hier liegt... Ah... Was wirkliches Glück ist, dass die Fackel nicht ähm... Schnell ausgeht oder so... Sondern die relativ lange... Eilt... Das Problem ist bloß... Wir müssen mitten danach wahrscheinlich Wasser holen gehen ne... Also... Wir werden das ohne Wasser glaub ich nicht überstehen... Räuchte noch... Das ist die Zone... Steine unten ist ein 22er Level Vault... Level 22er Vault... Geht der eigentlich weg wenn wir mit dem Feuer Fackeln ankommen? Hat der Angst? Ja... Willst du das ausprobieren? Ja... Willst du noch... Noch tiefer sinken... Noch tiefer kann ich sinken... Bei 4 ist ein Ende... Also... Du... Reduced nicht... Ich hab's grad ausprobiert... Du wirst nicht unter die... Die Levelgrenze gesetzt... Wenigstens nur auf Mehl zurück... Dann äh... Lade ich dich herzlich ein... Das auszuprobieren... Das ist... Höh... Meine Fackel ist ausgegangen... Man kann damit drauf kloppen wie... Wie mit Wattebällchen werfen... Alter... Da müsstest du schon längst brennen... Was für ein Schaden... Ding hat denn das Teil... Ding hat denn das Teil... Ding hat denn das Teil... Der ist aus Haus... Ich meine... Hallo... Es ist Feuer... Der macht die Hütte kaputt... Ja... Er reist die Hütte ab... Hehehe... 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 Los steck sie in Brand... Dann... Brennt der vielleicht auch... Alter... Das ist ein scheiß Agro-Wolf... Auf vielen Fall... Du bist der Einzige mit einer Fackel... Ja... Mach sie aus... Dann sind sie... Wenn ich das gestern... Hehehe... Wollte der hässliche Visage sind... Ich hab nur... Mauenverband angelegt... Schnell... Ich hab nur gebrochenes Bein... Ich hab nur gebrochenes Bein... Irgendwie ein Speer zu bauen... Also simulierst... Das ist ja aber auch... Ich hab ja nix... Ich bin noch grad gestorben... He? Ich hab doch nix... Ich bin noch grad gestorben... Brauch für ein Speer noch... Äh... 12 Fasern... 18 Stöcke... Hast du die dabei? Ne... Und dann sitzen wir die nächsten neun Stunden... Hier oben und chillen... Du stehst aber ganz elegant auf einem Bein... Bei mir... Hehehe... Und jetzt? Ich glaub wenn du auf einem Bein stehst... Dann... Zeig es an... Das da die Stelle ist... Warte mal... Ich hol mal die Stöcke... Ah... Verstohlenheit... Jetzt bin ich verstohlen... Ah... Ich kann mich unsichtbar machen... Ah... Da kommen Wölfe... Achtung... 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 Ganz viele... Ja... Die sind hier unten... Alle am Wusel... Hängen alle... Wir sind Frischfleisch hier oben... Pass auf... Wie wirst du... Kannst du die Fackel anlassen... Da hinten... Ist... Ja... Er kommt... Er kommt... Er bleibt hängen am Baum... Ja... Oh... Scheiße... Hat er dich gewebbelt... Okay... Jetzt kann ich leider nicht Resonance... Warte... Ich versuch... Oh ja... Und zum jetzt? Ja... Okay... Schnell rauf wieder... Ja... ... Ich glaub es geht nur wenn ich keinen... Den biste... Тata... ...kcheck... Er reißt die ganze Hütter Data says this is the area Now it's up to you This is the place You know what to do You made it Nur noch siebeneinhalb Stunden hier oben drauf Fabri Warte ich probier's gleich Was denn? Ach die Steppe zuhren die ich noch baue Er hat nicht stress' sich dann Er hat nicht stress' sich dann Ich seh dich da hinten rumwuseln Was denn der Fackel meint Du bist der Fackel meint Ich glaube der Wolf ist weg Der wo Oh Er ist im Haus oder so Ja er macht da Es kann mir so leicht da hoch zu kommen Achtung er kommt irgendwie Oh ne der ist da noch drin Ne jetzt kommt er raus Nein 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 Er kommt auch hoch Nein Ich renne runter ich ruhe ihn zu keinem Nein So renn renn Kleines Mädchen Ah wir sehen den Mond Ich sehe das Licht auf mich zukommen Nein Siehst du das Licht? Ja Ich sehe den Mond Ich sehe das Licht Nein Ich sehe das Licht gerne Ich probier ihn wegzukreiten Vielleicht äh Wenn ich da hinten sterbe Vielleicht kommt er nicht wieder zurück Ja so wird's sein Ja Ich glaub er ist wieder auf dem Weg zu dir So mein Freund Jetzt sowas Hm Ja Also an die Zuschauer da draußen bei Twitch Ja Ähm Jetzt sind wir wieder bei 4 Nice Jetzt sind wir wieder bei 3 Immer noch dunkel Bettchen hoch Bettchen runter Genau Das blöde ist Ich Wo bist du? Ich hab jetzt ne Waffe Ich werd mich wiederbeleben Jetzt Ist der Wolf wieder bei dir oder? Peter und der Wolf Hab ich ihn weggekaitet Auf jeden Fall Nein Ich hab kein Bett gefunden Der hat mein Bett kaputt gemacht Nein Ich werd vom Himmel geworfen Weißt du wo ich runterkomme? Ich weiß es Okay Dann ist er schön Ich weiß es Okay Ja Dann ist glaub ich Weil ich hab auch kein Kein O2 mehr Okay Sehr schön Dann start mal wieder Beim Startpunkt Es geht wieder von vorne los Ja Also Ich würde ja fast Wenn du Jetzt noch laufen kannst Du kannst ja versuchen In die Richtung zu laufen Und dein Kadaver noch zu finden Dann haben wir wenigstens noch diese Radarstation Wenn der Wolf nicht hinter dir her ist Ähm Ansonsten hätte ich ja jetzt fast gesagt Wir gehen in die andere Richtung Und gucken uns den anderen Spot an Jaja Das würde ich auch sagen Ja aber wir haben das Ding nicht bei Wir müssen erst wieder dahin zurück Ja ja Deswegen Ich laufe Und ich stehe im Stockfinsteren 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 Nacht Ja Ja Aber mein Kadaver ist die einzige Möglichkeit Ja Das ist äh Hm Kann ich noch irgendwas ändern Was äh Sinnvoll ist Also ein Beutel habe ich gefunden Aber da war gar nicht mehr so viel drin Ich hab hier mal ganz verzweifelt Oh ne Melone Irgendwelchen Klimbim Ah Ah da Ja Das ist natürlich was Ne Scheiße Dass man das nicht findet ne Also das ist auch so ein echtes Handicap Dass das nicht leuchtet Oder das ist irgendwie Ich sag mal so ein Grab Also so ein Holzkreuz oder so Was man irgendwie sehen könnte Schon gar nicht im Stockfinsteren Aber irgendwie Ne Ist halt nur dieser Kleiner Ja Winzige Palette ist das ne So eine Holzpalette Hast du gefunden Hast du gefunden Mit dem passenden Ding Mit dem Ja Dann ist gut Jetzt brenne ich auch noch Naja klar Ne ist ja klar Wieso das denn? Keine Ahnung Ich hab mich immer zumut Ach komm Alter Der ganze Waldfach geht bei mir Bist du top? Ja Ja man Er hat sich eingeäschert Du weißt schon, dass wir zu zweit da hinlaufen Ja Es laufen wir zu zweit von diesem Punkt da hin Oh nein Ne aber das ist erstmal ganz kurz alles Zuhause erstmal Zuhause? Zuhause auf unserer Insel Wieder zur Ruhe kommen Mhm Wir müssen dieses Ding da holen Für diese Mission Sechs Tage noch Wird eng Hauptlos Dass die Zuschauerzahl Stark sinken würde Wir sind wieder Wir sind wieder On top Spätestens in drei Tagen Immer noch Diesen tollen Content Stream Das Ende Ja 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 Das Ja vor allen Dingen Dieses mit diesem dunklen Das ist halt so der absolute Abtrag Geil Das ist alles dunkle an sich Aber du fällst irgendwo vom Himmel Guck mal Ich seh jetzt wie du vom Himmel fällst Du fällst vom Himmel und Zerstörst unsere Hütte So bam Auf unser Haus Wo bin ich Bei dir Ich bin jedenfalls bei einer Raumkapsel Ja ich bin Du bist auf unserer Insel Wahrscheinlich genau auf unserem Haus Das wird Badge Wenn es hier hell wird Sehen wir wie das Haus Schön zerstört So das einzige was richtig Was man so sieht Wenn ich jetzt in das Wasser reinlaufe Jetzt läuft man zum Wasser Und wenn wir tauchen Dann wird es hell Alter Schwede Das ist ja wirklich nur noch eine Bruchbude Ja Das ist ziemlich verwittert War drin nicht ein Feuer? Ja war mal War auch mal ein Schlafsack da drin Das Bittere ist Dass man jetzt noch bis Äh 7 Uhr warten muss Ne Sache Das ist lange Die sind im Realtime nur 20 Minuten oder so Echt mal was die trinken Oh hier brummt schon wieder was Geht auch weg Ich steh neben dir Ja Du bist der brummt Ja Der brummt Ja Mach mal kann ich hier Irgendwie mal was an meinen Grafikeinstellungen zu ändern Boah Dunkel kann man nicht draus holen Dunkel bleibt dunkel Das ist der absolute Cheat Ne Wenn ich hier Ich hab ja bei meinem äh Monitor noch Ja Bei dem Monitor kann ich sozusagen unterschiedliche Vorprogrammierte Dingspunkts Und wenn ich auf Rennen Also so Rennsimulation Ähm Wozu sagen Reingehen Dann Kann ich Guck mal hier Dann äh Guck mal Zack Oh, jetzt brennst du Nein, du brennst hinter Ah, ich brenne auch Ich brenne auch Ich brenne auch Ich brenne auch Ich brenne jetzt Ab ins Wasser Ab ins Wasser Ah Aber war aber heiß Aber wirklich heiß Ah Guck mal, da Hast du nicht noch so gehört Von deinen Wedeln Die liegen alle verteilt auf dieser Insel Überall wo Jetzt sehen wir wo die Hütte ist, siehst du sie auch? Ja, ich seh sehr hell und doll Was ein Cheat Ohne das ich im Monitor umgestellt habe Sieht man es jetzt ganz eindeutig Sehr gut Ja, nee, nachts benannt zu müssen ist meine Orientierung Das hat jetzt nicht geholfen Das war ein bisschen Brainlag Als wir die Hütte eben gerade gesehen haben, war sie nur ein bisschen zerstört Jetzt ist sie Hey, hallo? Sieht gut aus Na ja, zumindest hält sie selber entfernt Oh, wir steigen in Hitze Achtung, du darfst nicht so nah rangehen Du kriegst davon Hitze scheinen Jetzt ist es aber kalt Ist das Lagerfeuer Und guck mal wie die Baumstämme alle zittern und wackeln Oh, Hütte Oh, es greift an die instehenden Bäume über Ja, wir haben die ganze Insel in Schild und Asche gelegt Ein Glücks Gut, ähm Hier waren wir unsere Dings Ich warte Ich guck mal das Dach steht noch ein bisschen in der Luft Jetzt nicht mehr Ich hab mal eine Tür drin, oh Guck mal das Lagerfeuer ist gleich wieder freigelegt Das ist wichtig Können wir uns nix dran wärmen Oh Gott Du hast das Lagerfeuer angemacht Ach, das ist alles Ne, das liegt da noch rum Weil hier, die Fensterläden gibt's, die sind auch noch Also Fensterläden hab ich schon gemacht in die nächste Runde So, mach mal einen Cheat und such mal Ich hab einen Schwarztag Ja, das ist gut Nein Such mal das Lagerfeuer, mach jetzt mal an das Lagerfeuer, das macht Sinn Okay So, jetzt, ja? Naja, bitte Ich geh ganz weit, ich geh schon mal zum Vorher Ich geh schon mal ins Wasser Ah, ja, aber, ähm Ja, hat was Ist, äh, Unterhaltungsfaktor Also, nicht so Gameplay, sondern mehr so Social Ja, du, Alter, komm mal hier Hau da noch ein paar Holzteile rein Und dann, ja, zack Oh, oh, ja, jetzt, pass auf, nicht, dass wir gleich wieder brennen So Also, wir haben, also Holz haben wir da noch im Stapeln Das Problem ist, dass ich keinen Stein hab Und mir irgendwie Ich bräuchte sechs Steine, damit man sich mal hier Ein, äh Pickaxe Sozusagen machen kann Ne, ich kann uns einen Fackel bauen, wir brauchen nur, du musst nur Stöcker Alternativ Stöcker und Fasern Stöcker und Fasern kriegen wir hin Na, hast, hast du vielleicht, ähm Nix Gar nix Ich hab ne Wassermelone, Stöcker und Fasern Uff, ey, kann ich doch ne Fackel bauen Tatsächlich Na ja, hätte wir aber vorher raufgucken können Jaja, klar, aber immer erst mal bedienen lassen Ja, 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 hätte ja sein können So, ich hab einfach die super Orientierung jetzt, oder? Einfach auf Rennen und Schlimm Okay, ich, ich leg Ähm, 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 hier, neben das Lagerfeuer Ja, zugegebenermaßen die Einstellung, die ich nutze, die jetzt auch am Hm? Vielleicht wissen Also die macht die anderen Herren ganz gut, aber Auch hier so ein bisschen die Cheat-Einstimmung Ist ja nicht gecheatet Ne, ne Guck mal, da ist noch ein Noch ein Dingsbums So, ähm, dann Machen wir jetzt erst mal Einen Packel Ja, nicht lang fackeln, danke Sehr gut Und schon rennt er zurück ins In die Dunkelheit Ja, ne, ich will hier Stein abbauen Hier war nur Schwefel und dann, oh, ne Gämse, okay Ja Na, Fleisch und so brauchen wir auch Willst du fischen gehen? Ja Ich fischer, fischer, wie tief ist das Wasser? Aha Warte, warte Ähm, den Holzsperr, das Fischen Okay Geh jetzt mit, fuck den Fischen So War schon ein Hackebein? Ich bin wieder fast up-to-date Bin wieder fast up-to-date So Hm Soll ich hier Fische suchen? Was haben wir so ganz im Holzbisch denn? Oben könnte Gefahr sein Ähm, hier liegen ja alle unser Holzbisch Ach, das ist ein Fisch Das ist ein Fisch Ich schwimme ganz schnell Ich tauche ganz, ganz schnell Hoffentlich 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 Wer ihn nicht mehr sieht Da kommt der zweite Fisch Hallo Fisch Komm So Survival ey Gestern hier die ganzen Dings von uns hingestellt Ist da schon wieder irgendwas, was mich Fressen will, oder Fressen will, oder Was ist denn das? Aber müde wird man hier nicht im Spiel, ne? Ne Das ist nur Das ist das echt Müde Das ist nur die generelle Anmeldung Genau, das ist dann das Das hat nichts mit dem Spiel zu tun Wenn sie dich in Mission 2 den 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 Sockel suchen lassen Ich hab ein Piranha gefunden Ja, das ist gut, knabbert an dich Ja, das ist gut, knabbert an dich Ja, das ist gut, knabbert an dich Morgengröte erinnert mich grad Irgendwas rum Das Haus Ja, das war auch so ein bisschen Ne, nicht wie die Morgengröte Leider So verschieden Ja Aber du hast ja zumindestens scheinbar von dem Ganz kurz nochmal zu diesem Mist XP Du kriegst ja Der zeigt ja auch Das ist ja richtig fies in rot an Ja Und du mal warst Ja, und das schon zum vierten Mal Das ist immer bis fast vor Ende des vierten Levels Dann Dann darfst du dann ganz schnell irgendwie was machen, was sinnvoll ist Ich baue hier ne Hütte, ja? Ja, ach, ach, ne Hütte? Okay Was ganz Neues Krass, oder? Ja Was für Ideen ich komme Wie war das? So war das nicht Jetzt hab ich den Fisch hier hingeworfen, ist der weggefallen Nein, ich hab den Ständer so falsch gesetzt Ohja, passiert Ah, wahrscheinlich kann ich mit den Ja, da kannst du wahrscheinlich die Dings nochmal stabiler machen Wenn du jetzt sozusagen auch nochmal so ein Quergebälk machst und so Quergebälk? Ja Aha Ich mach den ein bisschen größer heute So Ich brauch den Fisch und bin ich super gesund und super stabil Voll gestärkt Guck mal Wie schnell der Strom kommt, während ich hier baue Kommt schon der Strom Das ist, ähm, schlecht Ich brauch nämlich Oxy Oxy Action Super für meinen Anzug Uaaaaaah Uiuiuiuiui, der war fast so gut wie du, der Typ da oben Ohja Typ da oben Fast Gibt's ja Hätte mich der Blitz beim Getroffen So Jetzt brennt unsere ganze schöne Insel ab Oh, du wirst Oh, erschlagen Fast Alter, der Baum Ja, fast erschlagen Oh, guck mal, jetzt brennt die ganze Ich dachte, hier wär noch Venni Ja Ach, da Schönen Schönen Ja, kein Oxy Ganz schlecht Ja Ja Ah, ist wieder ein Blitzschlag Ich glaub ich, ähm, wir haben da nix zu unterstellen Ich bin nicht hier, äh Stein, Stein leidet nicht, Stein ist gut Ich kann mich ja auf den Fall verstellen, er hat immer als Kind gelernt Ich steh immer am höchsten Punkt Mach mir ne Höhle in den Stein geraten Wuuu Aber das ist fast für mich geschehen Aber es hilft alles nix, ich brauch trotzdem, äh, Sauerstoff Uiuiuiuiuiuiui So Den Stein nehmen wir Den Stein nehmen wir mit Uuuuuh Ich bin schon ein bisschen im Stein drin Ich hab ne Höhle hier An der Nordspitze Gut, ich nehm unsere Leihaufseite mit Ist die Nordspitze? Ne, ist die Südspitze Wir nehmen unser Lagerfeuer mit und ich geh in die Südspitze Uuuuuh 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 Ich will mal das Bett aufzustellen, dass er hier kommt Ich hab auch zu Das ist gar nicht mehr blöd hier drin Das ist gar nicht mehr so blöd hier drin Was hast du noch rein? Uuuuh Halt, ich werd erstmal das, ähm, zu ne Spitzhacke Mal ob ich eine bauen kann Vielleicht kann ich noch eine bauen Kann dir eine bauen wahrscheinlich Ne, wir fehlen noch drei Steine für die Spitzhacke 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 Kann ich leider nicht bauen Ne, wir fehlen noch drei Steine für die Spitzhacke Ja Steine hab ich genug Darf ich krieg sie hier hin Am Eingang von der Höhle Oder in der Höhle selber Das ist jetzt Ja, am Eingang von der Höhle liegt da Ja, Stein, Stein Steine 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 Wie jeder sehen kann, liegt hier ganz viel Stein Hast du sie? Nö Nö Hier da wo ich hacke Ach, nö Ach da, ah ok Ja Danke, danke, danke Kann ich schnell Aber der Strom ist vorbei, ne? Den machen wir nicht von der anderen Seite Ich mach, ich bau hier Oxid ab Achso, ist der Oxid Da ist Oxid Zum Glück Ja So Sehr gut Noch einmal trinken Ach, ich mach nichts zu essen gleich Essen, 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 essen Ich hab hier noch Essen Ich hab hier Fisch Kannst du den, kannst du den grillen? Der Spaget so ein Reh am Rand Ja, wir können das Eglitz gehen Ah Ich hab's, ich hab's Ich hab's Ja Ja, wir brauchen Lust dafür ein Messer Ich bring's Ja, warte ich Ich hab ein heute Messer Ich bring's zum Höhlenenker Ja Ich wollte es So, wir zeigen euch mal Wo ist das? Wo ist das? Achso, G Was ist da noch? Was ist bei dir noch da so rum? Das ist wie im Inventar gelandet Wo ist denn mein Messer? Ah Ich hab was Falsches hergestellt Wenn ich das wirklich lesen kann Ich Aber ein Spieler ist auch mal gut Immer gut Stell dafür das Lagerfeuer hier irgendwo wieder hin An den Baum am besten Das ist gut Und brennt's gut Ja, sehr gut Ja Pack der Stöcker einfach rein Ich hab noch richtiges Holz So, ich bin an den Baum Ja, es brennt schon Das Gewicht drumrum Achtung Dritten Stück zurück Ja, der Baum brennt Ja, super, super, super Alles brennt Wir haben noch den ganzen Waldbraten Wir machen Rodung Okay Sehr gut Richtig gut Richtig gut Ja, war auch wahrscheinlich Gute Idee So, 20 cm Neben dem großen Baum zu stellen Ja, aber erst hat nur das kleine Gebüsch daneben gebrannt Aber zumindest wird's jetzt schön gart Das regt jetzt was da Aber wenn du rangehst, ist schön warm Ja, so ist es warm Natürlich Aber das eine Es dreht wahrscheinlich Turbomäßig schnell Wahrscheinlich Wird schon Ein Brikett Gut Gut Ähm Ich guck mal Ob ich ohne Verbrennung in der Höhle weiter arbeiten kann Sieht so aus Oh Ich stell mich einfach unter die Axt Oh, es wird richtig heiß hier drin Ich muss raus Oh ja, das ist ja fies ein Blutofen Ich hab den genommen Ja, ja Ist okay Wenn ich mich jetzt an den Baum stelle Ist dann der Fisch und ich gleichzeitig geröstet? Ja Okay Ich brauche noch ein bisschen Oxid ab und schmeiß gleich ins Feuer Warte, wie leicht der werfen kann Das ist unglaublich Der wirft so gefühlt 5 Meter vor seinen Füßen So ein Sperrwurf ist grandios Warte, nochmal Sperrwurf Äh, Sperrwurf Ich... Ja, ne, es ist auch Ich muss moderat arbeiten Warte Hier macht er solid So Wir haben es gleich wieder mittags Wir können jetzt schon bald wieder unser... Aber wir haben jetzt ja hier die Höhle Die Höhle geht ja nicht kaputt Mhm Also ich würde sagen Wir haben jetzt äh Nach ungefähr gefühlte 4 Kilometer Zu Areal O10 Wo das Bödel-Stativding liegt Ähm Um eine Plattform zu suchen Die es wahrscheinlich nicht gibt Ich glaube ich werde daraus ein YouTube-Video machen und das dem Hersteller schicken Und den dann fragen, ob es sein Ernstes Oder was er sich dabei gedacht hat Oh das Wasser hat mir vorbeigerascht Gerauscht Oh das Wasser hat mir vorbeigerascht Gerauscht Ich bin eigentlich gerodet So Das Fundament für unsere Höhle steht Und unsere Nothöhle steht auch Ja Sehr gut Ich glaube dann kann jetzt wieder ein Nothöhler rein Aber ich bräuchte auch Ich werde dann nur ganz kurz mal probieren Ich werde dann nur ganz kurz mal probieren Dass ich das Bett da aufstellen kann Da drin Ich kann ja das Ich muss immer was suchen gehen Ich muss mal ein paar Rohstoffe haben Ich brauche mal ein bisschen Holz Ich brauche mal ein bisschen Dings Das ist äh Jämmerlich So So Okay du kannst da den Respawnpunkt äh machen In der Steinhöhle im Bett Ich geh mir mal auf Nahrung suchen Achso ne wahrscheinlich Hm Ah das Stück Fleisch ist aber gut durch glaube ich Oh ist klar Schmackofatzi So Zack Hat mir meinen Tag gerettet So Äh Made my day Ich holz mal Ah Die Zuschauer sind begeistert Ja Die Rasten aus Schlaf mal ein Oh krass Wenn man so noch verkohlten Dings So verkohlten Baum Dann fällt der in ein Stück zusammen Und man kriegt ganz viel Holzkohle Die regnet dann von oben runter Ah Das war auch meine Das war die Testung Aber ich hab noch keine äh Axt Ah ok Ich muss jetzt mal schnell was ein bisschen was bauen Ähm Ein Axt Ein Häutemesser Ein Boben Ein Kleidungsstück Kleidungsstück So So Mmhm 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 versuchen, den Weg zu meistern und würde versuchen, wieder hier zurückzukommen mit dem Ding. Oder wollen wir nochmal einen Plan machen und doch nochmal irgendwo, bei dem Ding, wo man uns aufstellen soll, da in der, ähm. Wir müssen ja irgendwo zur Potte kommen, in die Richtung. Oh, ist das mein. Ja. Okay, ich, jetzt, äh, nehmen wir jetzt gleich die Beine in die Hand. Ich hole mir noch, äh, ein bisschen Oxid irgendwo. Ist das kein Oxid? Naja, ich brauche auch noch Oxid. Wieviel Oxidverbrauch? Ich glaube, das macht das Tauchen oder so auch nochmal extra. Ähm. Was ist mein Speer? Ich bin doch gerade hingeworfen. Hm. Ich würde es jetzt einfach nochmal versuchen. Weil, wie gesagt, es ist bald wieder dunkel, also nächste Nacht für hier. Wir haben weder einen Schlafsack noch, haben uns richtig runtergewirtschaftet. Zwei Stunden des Runterwirtschaftens. Von drei Schlafsäcken und weißt du, cool, was nicht alles zu überleben oder wild ist und nur noch überleben. Wie spät haben wir es dann? 10 auf 34. Ja. Ähm. Ja. Wir sammeln Stöcker auf dem Weg und ein bisschen reißig fürs Dach und du brauchst so eine Winzlinghütte. Soll ich dann unseren einzigen Schlafsack, den wir noch haben, mitnehmen? Ähm. Ja, wäre gut. Der Respawnpunkt gerade noch in der Dingsbox liegt. Ähm. Ja, wenn du noch in der Nähe bist, dann ja. Wenn nicht, dann suchen wir uns den anderen Schlafsack. Der muss ja auch noch irgendwo da sein, wo wir... Nein! Ich werde bekloppt. So. Ne, war's gut. Und wer? Mh, nein. Zum Glück ist er schnell gestorben. Oder was? Ne, diesmal nicht. So, das war der Wolf. So. Wir haben Kamelfleisch. Wir haben Kamelfleisch. Äh, ich brauche auch Oxy. Okay. So, das war der Wolf. Ja. Oxid. Oxid... Oxi... Oxi... Oxi-Action. Wo ist hier Oxi-Action? Da knabbert mir. Und Piranha am Bein? Tja. Ja. Oh, jetzt Oxid. Aha. leider ist meine ausdauer recht low weil ich schon wieder vergiftet das gibt es doch nicht ich bin schon wieder ziemlich ich hab ein kürbis gegessen kürbis und wassermelone vielleicht verträgt sie es nicht so rohs fleisch ok jetzt geht es los leute nicht einschlafen jetzt geht es los jetzt sind wir richtig am start jetzt trinkt euer energy jetzt geht es los jetzt spielen wir das spiel durch bis eben war es nur zu dieser banane da beim ersten see ein bisschen nördlicher von deinem ersten todeskreuz todeskreuz säumen den weg nördlich vom todeskreuz ja was soll ich da also ich würde da was trinken und dann würde ich weiter ziehen ja ja aber da ist glaube ich noch eine hütte mit dem respawn punkt wie kommt ihr denn da hin habe ich das nicht aber habe ich den gestalten schlafzeit nicht wohin da mitgenommen hast du weiß ich nicht will ich nicht beschwören könnte sein dass wir wir hatten ja mal irgendwann zwei schlafsäcke und wir haben keinen gecraftet also müssen wir die irgendwie und in der hütte ist auf jeden fall noch eine kiste mit zeugs drin ja stimmt stehende kiste schwung kiste kistisch ja stimmt die kiste ich erinnere mich da waren wir mal als wir noch gut waren zum anfang die erste stunde kiste häuser bling bling schlafsäcke gebaut und jetzt nicht mal mehr werkzeug ich bin aber gleich wieder bei meinem alten xp stand aber jetzt merke ich was du meinst es fühlt sich wirklich erbärmlich an es ist also wenn du es viermal machst es ist frustrierend es ist wirklich sehr frustrierend ja also ich kann verstehen sozusagen dass du halt irgendwie so ein bisschen gepanischt wirst wenn du halt hier nicht vernünftig spielst dass du nicht so auf kamikaze spielst aber es ist natürlich auch ja aber manchmal spielst du ja gar nicht wirklich auf kamikaze und es ist trotzdem ne manchmal bist du einfach nur so nubisch wie wir und bist ja kein survival spezialist und dann ja und dann so hier war übrigens der erste punkt von dem von der radar station zum aufbauen der war mal hier so man sieht es an dem todeskreuz weil ich dann irgendwie gestorben bin und mein kadaver nicht mehr wieder finde ich komme zu dir oh hier sind kürbisse also wenn ich jetzt noch meinen alten kadaver finden würde ne äh das problem ist ich glaube ein bär sieht mich ach ne es ist ein hirsch eigentlich hier gibt es noch einen von bären der hat mich übrigens damals erlegt der bär das kommt übrigens auch noch ab und zu sobald wir vermutlich sobald wir das ding aktiviert haben ah da ist die hütte aber die nein ich habe mein zeug gefunden ich ey wir sind boah wir sind gerettet ja alles alles am start alte fische alte schon längst vergammelte fische alte uralte fische ähm zwei lagerfeuer stoffhelme was hier alles liegt brauchen wir die holzkohle die holzkohle brauchen wir nicht ne die kann ich ne die schmeißt direkt ich habe sie auch als erstes wirklich müssen kein sinn so ähm sag mir nicht ich brauche schon wieder oxid ich esse noch einen kürbis der erste hat mir schon nicht gut getan aber ich esse meine zwei ich habe einen lagerfeuer wir können dann kürbisse auch garnt ich habe auch lagerfeuer naja also wir haben da mehrere jetzt haben wir unendlich viele lagerfeuer steinpfeile warum kann ich nicht mehr steinpfeile nehmen geht nicht ok fragen wir nicht weiter so dann brauchen wir wieder viel oxid ach da haben wir ein paar da ist wieder der wolf Peter und der wolf so also lieber chat hier war die erste Aufbau pink data says this is the area this is the area now it's up to you und dann konnte ich den hier platzieren es sieht genauso unscheinbar aus wie es sieht genauso unscheinbar aus aber irgendwie hat es hier genau hingepasst wie Arsch auf Eimer und ich glaube da war eine ich glaube da war eine schemenhafte markierung ich meine ich habe da nicht groß gesucht ich habe es einfach hingestellt ich könnte es in einem youtube mitschnitt könnte ich nochmal zurück spulen weil ich habe das auf jeden fall aufgenommen auf youtube mit dem ersten gesetzt habe mit dem ersten gesetzt habe hast du deine leiche ja jetzt runter zum wasser und trinke was und ich glaube ich muss mal ein Lagerfeuer aufsetzen und ein paar Sachen kommen oh das wurde das wurde ouch gemacht so ja der sprung hat mich ja vorhin auch gequillt ja der Anfang vorm Ende und dann kam der wolf und alles nur wenn man so lange in Ruhe gespielt hat ja wenn man sich an die alte WoW-Regel gehalten wäre nichts passiert aber so ja aieieiei das heißt aieieiei bist du in Gefahr ne ne ich bin bei dir ok dann nimm den Rest hab ich noch ein bisschen was mach mal kurz ein Lagerfeuer ja ähm ich muss erstmal runter zum Fluss wir sind zum Fluss ich bin da noch ein Fisch oder so ja ja das ist auch noch ein bisschen Mais naja mach hier mal so ein bisschen da an der Kante das ist immer wichtig na bop 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 oh rein ins Deck so so ich lass jetzt meinen Kürbis durch durchlaufen und in der Zeit pass auf Richtung Wasser fällt gleich der Baum da wo du grad hin bleibst ja 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 besser besser schön ins Wasser rein ah manchmal trifft er nicht so richtig brauchst du die Holzschalter? na ich wollte hier ein bisschen was aufgeben ok ich hab das schon mal abgekocht abgekocht Kürbis mhm 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 also auch daraus kann man was machen kannst du dir aber du kannst ja so schon so ein bisschen kürz nehmen da oben rechts einfach steuerung grüten grüten ich nehme so ein bisschen was vom stapel die hälfte noch so ich teile ähm ja du hast auch noch ein paar hast aufgelegt ja das kürz ist ja lass uns gucken dass bis der durch ist und dann wie spät ist es weiter 12 47 das reicht um die sache zu finden und uns wieder auf den weg zu begeben was ein nonsens und das so was hast du wirklich wie die passerelle das ist ja nicht irgendwie spiel fördern dass man das nicht sieht wo es man es aufstellt es muss ja nicht alles alles vorgegeben werden so ich finde ja cool hier alles möglich zu entdecken aber eine mission zu entdecken ist ziemlich sinnlos so weil man lernt ja nichts draus warum habe ich denn jetzt schon wieder den scheiß boden gekürzt nicht richtig so jetzt hast du wieder ein gammel dings gecraftet ok ich sollte nebenbei wenn wir hier so sitzen und auf das falsch warten ein bisschen packen für xp äh jetzt kommen wir auch für euch ein so jetzt bin ich bald bei meinem alten level stand bei meinem alten level stand dauert noch ein bisschen aber ich hab schon mal eins schon wieder drin fast merlin so das hat die höhle aus dem stein geschlagen ja stimmt das hat die höhle aus dem stein geschlagen noch mal können ich brauche nicht wirklich also kannst du auch einfach mitnehmen das sein ist so viel dann nehmen ich mache jetzt noch einen fisch drauf und zweimal mais und jetzt habe ich die xp wieder drin ich habe auch wieder genug für eine hütte die nacht ist super lang in der nacht was bauen also sprich wenn ich die fackel halte oder so dann wie ein lagerfeuer machen das geht alles aber wie gesagt hat mit den wölfen geht es halt nicht und ich nehme auch an dass der wölfe kommen werden also so nehme ich jetzt mal dass sobald wir es aufgestellt haben wölfe kommen werden weißt du was ich vielleicht dachte vielleicht kann man es nur nachsetzen meinst du es ist zeitgesteuert also jetzt ganz blöd gedacht keine ahnung das muss ja irgendwas sein und das lagerfeuer wieder mit ne ja das ist richtig viel mais ganz kurz hier momenten ganz viel leer und chat seid ihr gut drauf der vita ist schon eingeschlafen so bist du auf der anderen seite schon des sees ich habe jetzt auch erst mal recht viel auch noch verbände und so ich kann ja auch noch verbände geben eigentlich 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 nicht unbedingt also das ist immer mal cool wenn du aber wenn du ein stack hast kann man die stacken und sind die einzeln wenn sie einzeln sind dann nehme ich einen und wenn sie stack sozusagen dann würde ich sagen du behältst den stack bevor wir uns zwei slots dicht machen dafür würde ich zum beispiel mais also wieder mitschleppen ich kann ein großes mais vorkommen wenn sie haben müssen wir ja mal gucken so ich schlufe noch was aus dem kuckuckuck aus dem selbef aus los geht's los geht's hast du noch was getrunken aber auch mal ein oxy action ich habe noch 23 drin im oder wollen wir unten die hütte auf auf dem halben weg aufbauen dass wir hier nächtigen müssen kann jederzeit immer zwei schlafsäcke haben dann braucht man natürlich nachts nichts trinken dann schlafen ja durch aber ich hab jetzt noch kein schlafsack gefunden ist ja gleich von der oh ich hab im level ab ich hab gekloppt ja danke danke ich kann eine feuerstelle herstellen ähm eine große und stein umgebene feuerstelle um schnell etwas zu kochen das ist besser weil sie nicht alles drum herum abfacken genau machen wir vielleicht eine holzwacke die brennt noch länger oder nicht länger aber wie lange wollen wir dass sie brennt naja so oft wie wir nachts unterwegs sind ich kann ein besseres werkzeug zur reparatur also eine reparaturholzhammer noch erstellen brauchen wir noch ein besseres werkzeug dafür ja 22 oder ich kann nur noch ein kleidungsstück für uns herstellen ja naja kleidung sollten wir alle ok dann machen wir alle ja gut damit da den die priorität armschutz und fußpanzer habe ich noch einen punkt und den setze ich in die holzfackel oder in den reparatur hammer jetzt haben wir es 15 uhr ja ist da oben schon was glaube ich nicht in der zeit nee ich würde nur die sachen holen und wieder zurück zurück also das war ja ok dann lass es gut wie weit verkommen wir sind doch auch hier irgendwie gerannt oder also bis zu einem see ich weiß nicht dieser see ne das war ein anderer see ne ne es kommt noch einer wenn wir auf den abkursen ist riesig ja ist riesig was jetzt verkacken ist aber auch der schlafsack weg welcher schlafsack den ich noch hab ich ja noch einen inventar ja deswegen sollten wir nicht verkacken nicht verkacken nicht verkacken willst du noch ein paar kürbisse eigentlich ne ich hab ganz viel mais erstmal beiführen das ist ja pixel schwerer ah kürbis musst du aufhacken da brauchen wir jetzt mehr oxid als vorher ich hab vorher noch nie so viel oxid gebraucht jetzt im augenblick keine ahnung vielleicht wollen wir die ganze zeit rennen was kann sein oder lassen sich ok wieder hier an der felswand immer entlassen also grob an dem felskamm hier ist eine krasse höhle oh der ist ein wolf aber er ist ein höhfeld nein sturm schwere winde zu mir lass uns mal willst du was bauen ich bin schon ein bisschen voraus ich hab hier unten ne Höhle gesehen ich weiß nicht ob das ja gut du lass es da reingehen in die Höhle Höhle ist gut ja bis auf nem Schlafsack haben wir alles erstmal dabei ich hab auch nen Schlafsack ja ja ok ich werde ja jetzt bloß nicht hier runter springen Du bist oben auf dem Kamm? Ja, bei uns wirst du hündeln damit. Nein! Der blöde Wolf. Peterchen. So, sehr schön. Ihhh, da sind irgendwelche komischen... Oh, Alter! In der Höhle ist so ein komisches... Oh, der spritzt mich an! Das ist ja widerlich. Was ist denn das? Das ist wirklich widerlich. Wirklich, der hat mich gerade so richtig... Komm mal, komm mal. Komm mit einem Wolf. Ja, als Pelz. Achso. Da drin. Kann man mit feiner Bohnen da reinschießen und ihn raus... Das sind so komische Teile. Warte, ich brauche kurz das Messer. Ich häute eben den Wolf, danach geht es weiter. Wenn du mitkommst, dann geht mir der Trucke vor. Ja, ich bin gleich soweit. Eine Sekunde. Ich muss hier noch kurz... Ich auch noch. Ich sehe zwei Tentakel. Und jetzt spritzt er. Ich bin da drin, du. Ja, musst du dir angucken, ey. Ich kann mir nichts erfüllen. Ich beschreibe nur. Komm da rein. Kann ich... Warte, ich stelle Pfeile her. Ich brauche Pfeile. Ja. So. Na los. Gibt's da hin? Wie du's das? Nie. Kannst nicht lange tanken. Boah, sind drei so ne Teile. Ich muss raus. Sonst sterbe ich. Okay. Nein, ich bin da auf. Glippel mich hoch. Ja, warte, ich... Entschuldige dich hoch. Hey, die wird's da. So. Glippel mich hoch an. Ja. Bist du eigentlich nervös, weil ich den Bogen auf dein Gesicht rieche? Nee, gar nicht. Ich baue jetzt hier, ähm... Schneider so ein bisschen. Ja. 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 Bist du eigentlich nervös, weil ich den Bogen auf dein Gesicht rieche? Okay. Nee, gar nicht. Ich baue jetzt hier, ähm... Schneid mal so ein Teil. Ich hoffe, ich krieg's hin. Was machen wir? Nix. Scheiße, ich hab die eine anverschrieben. Ich bin bei euch Kupfererzer. Ja. Machen wir. Ja. Kupfererzer wollen wir mit. Nee, das haben wir auch nicht. Ja, mit fünf gibt's nichts ausgefahren. Ich hab mich ja noch skillen, ich muss ja noch meinen Talent kurz skillen. Die Technik brauchen noch zu Ende. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Achso, die Holzfackel. Ähm... Und das Werkzeug. Wir können auch eine Bodenfackel machen. Aber das ist eigentlich gar nicht. Da haben wir erst ein bisschen vertraktive Werkzeug. Dann haben wir Talente und sagen... Dann machen wir das Überleben vorhin aus. Wir brauchen doch wieder so'n Hammer. Ein richtig gutes Zeug herrscht da. Ich brauche euch zum Reparieren. Musst du wieder hier hämmern. Ja, 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 ja. Ich brauche einen Hammer. Ähm... Ich muss hämmern zum Wasser. Scheiße, das ist halt weg. Ähm... Du verdursten es lustig. Ja... Dann laufen wir beide zusammen, oder was? Wo... Wo... Wo laufen sie denn? Ne, 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 ne. Ich mach's anders. Hast du ne Melonen oder so? Nein, leider nicht. Hier ist ne Melonen. Ich hab keine gefunden. Das ist ja ein Glück. Wenn du sagst, liegt's genau vor deiner Füße. Das ist mal gut, würde ich mal sagen. Ich hab ja auch Titanenerz. Ja. Kotz gleich. Aber ist mir egal. Ist egal. Da ist alles raus. Ne, ich brauch den Hammer. Wo ist der Hammer? Hier ist der Hammer. Da ist ja da nix. Hä? Oder? Der Falscher haben wir hergestellt. Ist der Falscher? Mach es! Rüperier nochmal. Ja, würde ich ja gerne. Hinter dir ist ein Bett, wenn du willst. Ich will nicht so nackt hier drin. Ist das hier raus? Ich kann's eigentlich nicht. Ich kann's nicht. Warum geht das nicht? Kein Hammer nicht benutzen. Hä? Du kannst in den richtigen Hammer, oder? Ne? Pfff. Fehlt mir auch was? Stöcker oder irgendwie sowas? Ne, ich hab Stöcker. Was brauchst du? Pasern hab ich? Nix eigentlich. Ich kann den Hammer nicht einsetzen. Ne? Funktioniert nicht mehr. Ich hab zwei Hämmer. Du kannst ja mal... Ich geb dir mal einen anderen Hammer. Vielleicht ähm... Ne. 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 Du bist so. Tu. Das ist weit, Alter. Ähhhh. Ne. 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 Das ist zu Essen mit? Ja. Essen schützt man nicht. Ne. Essen ist gut, ja. Komm, wir sind da. Das ist krass, ey. Wir müssen schaden. Das war flott Level 10 mit so Trinkschlauch und so. Da müsste man schon ein bisschen... Na, der Sturm ist nirgends nicht vorbei. Mal gucken, ob ich gleich sterbe. Nee, nee, du kommst ja rechtzeitig an, das gleiche hier. Ja, ja. Jetzt bin ich da schon rum. Ja, es wird gleich dunk. Okay, mehr Fakke. Ja. Okay. Ganz viele Fakke. Komm, lass mal zu dem Unterstand, den wir gerade gebaut haben, zurück. Du willst dann Bettchen machen? Bettchen hoch, Bettchen runter? Ja, wir müssen mal gucken. Vielleicht haben wir mit allem, was wir gerade noch schon getötet haben und erfahren haben, vielleicht schon einen zweiten noch. Gleisam. Who knows. Weißt du? Ja. Mal gucken, ich kann leider nur mit 12 Fällen dienen. Und ich glaube, wir brauchen 20. Also 8 brauchen wir noch. Acht Fälle. Und dann Leder. Also 20 Fälle. Ich hab 5. Okay. Wir gehen mal rein in die Wutze da und töten mal dieses komische Alien. Dann haben wir vielleicht mehr. Zumindest haben wir ganz viele Erze hier draußen. Wir haben Titanerz. Wir haben Kupfererz. Wir brauchen die Tür gar nicht. Wir können da Seite reingehen. Ähm. Warum das nicht funktioniert? Werkzeug zum, zum Dings, zum Aufbauen von, vom Gebäuden. Das ging noch? Mal gucken, ob wir hier irgendwo noch Schneidfuchs finden oder so. Da ist eine Gämse. Wo bist du denn schon wieder? Wo bist du denn noch? Alter, ich hab sie mit 852 weggekrittet. Whams. Schwer. Alter, no word. Ja. Absolut. Absolut. Nein. Zwei Fälle sind da noch drin. Das gibt's doch nicht mehr. Das scheitert an zwei. Das ist 19 Uhr. Warte. Alter, 408. Ich bin einfach der krasseste Aimer. Hast du den gesehen, ey? Ja. Geh weg, ist meiner. Ihre sind ihre Geburt. Okay, da war nochmal. Da ist kein Fell drin, weil du da draufgeschlagen hast. Ach komm. Ja, natürlich, wenn ich das Fell kaputt gemacht habe. Ja, who knows, ey. Ne, keine Ahnung. Und das ist ja maximal bitter. Also, ich hab wirklich sieben Fälle, ne? Sehr schön. Ist egal. Wenn wir irgendein Tier finden, dann aim ich's weg. Ja, nimm einen Hasen. Ne, einen Hasen wäre zu hart. Da hinten ist eins. Kannst nicht reparieren. Ich hab kein Holz. Oh, da ist ein Hase. Ah, ich bin einfach. Zu gut. Ich hab den Hasen getroffen. Da ist ein Wolf. Oh, um mich rum. Ne, ein anderer Hase. Ne, ne. Hast du ein Fell beim Hasen? Ja, das stimmt. Ich nehm's erstmal mit zur Hütte, damit ich weiß. Ja, wir können uns bei der Hütte. Der ist ja schon wieder Arsch. Ja, absolut. Wenn ich das mit den Scheißhasen hier hinlege, dann... Zum Häuten. Wo ist denn der Hase schon wieder? Ach, auf G. G-Hase. Krieg dir mal die Fälle dahin. Nein, noch nicht, noch nicht. Sonst kann ich vielleicht nicht sehen mehr. Gleich nach... ...einen Sekunden. Ich weiß, wie dunkel es jetzt wird. Ähm. Nein, es ist keine Haut drin. Es sind nur Knochen drin. Kein Fell. Kein Fell. Nackthase. Nackthase ohne Fell. Ich kann dir auch nichts reparieren. Er ist ein außerirdischer Hase. Er hat keinen Fell. Er hat schon eine Schleimschicht. Oh, nein. Oh, nein. Bist du bei euch? Ich bin down. Dreck. Sehr schön. Hinter dir noch einer. Ciao. Ja. Steche mal rein. Ja, ich bin tot. Aber... Nein, nein, nein. Level 13. Der ist auf Stand-Off zu dir zu. Zu dir zu. Auf dich zu. Ja, das ist gut. Sehr schön. Ich spawne gleich wieder bei unserem Ausgangspunkt. Lieb hier vor dir. Mein Speer war kaputt. Ich musste den reparieren. Okay. Meiner auch jetzt, ja. Ich habe kein Material, um es zu reparieren. Warum nicht? Brauchst du dafür Heutzschalter? Oder was brauchst du dafür? Nein. Stöcker, oder? Ciao, ciao. Brauchst du Verbände? Ja. Ich mache erst mal ganz kurz in der... Was? Warte. Warte, warte. Ey, 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 ich muss mal kurz im Inventar, es ist alles voll. Ich muss mal kurz... Ich mache, draußen ist ein... Oh, ja, das ist ein... Draußen ist wieder ein Wolf. Ja, ja. Weggekrettet. Ich mache mal kurz null und ne... Und ne... Und ne... Dings. Ups. Hallo. So. Mhm. Soll erst mal hier? Ja. Werkzeug zur Aufwertung von Gebäuden. Das ist gar nicht zum Reparieren. Ach so. Ah. Durch eine mehr modernere... Kannst du das ersetzen? Lass uns mal kurz nach den Wolf hier häuten. Ah, ja. Ich habe den Fell. Jetzt können wir uns wenigstens einen Schlafsack basteln. Ja, ich lege dich hier ans... Ja? Ant. Feuerwiel. Big Ant. Jetzt komm's hin. Und zwar hier, da wo der andere Wolf nicht liegt, okay? Da lege ich die Fälle hin. Okay. Ja. Habe ich. Gib mir mal so einen Hammer zum Reparieren. Mach mal den erstmal klar. Und dann mach du den Schlafsack. Damit ich halt hier auch was bauen kann in der Zeit. Liegt vor mir. Danke. Den zweiten kann ich leider gerade nicht bauen. Also egal. Kannst du einen Schlafsack bauen? Ja. Oder bist du schon dabei? Bin schon allgemein gerade dabei zu craften. Ähm, ja. Der Schlafsack ist fertig. Sehr gut. Hammer zum Reparieren habe ich da hoch dabei. Hop, hop, hop. Ich krieg mal einen Bad schon rein. Ich hab kein Wasser mehr. Ich muss verdursten. Erstmal meinen Duisbaum im Dunkel gesetzt. Okay. Ich mach's auch ganz schnell. Ähm. Eine Fackel oder so. Ich seh nix. Ich bin... ...zu blind, der in der Dunkelheit. So. Danke. Verkenn ich dir da bitte. Versuch es. Wollen wir erst mal pennen? Weil dann macht das mit dem Wasser eh kein Dings aus. Dann... Ja, los. Dann leg ich da schnell mein Dings hin. Wasser hab ich zugemacht? Ja. Ach, ist. Okay. Ich leg mich hin. Okay. Okay, sieben Uhr. Okay. Okay. Dann raus. Exit, Bernd. Einer nimmt das Bad mit. Welcher... ...tut es? Nimm mein Bad mit und nimm deine als Spawnpunkt. Kannst du noch ein zweites bauen? Haben wir noch so viel Macht mehr ein? Nein, 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 nein. Ich muss vor allem ganz schnell. Ich bin jetzt am Cribble. Ich bin gleich weg vom Fenster. Wie weit das denn ist? Wasser. Naja, ein bisschen. Das ist ja... Wie weit das schon? Na, nein, 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 nein. Du hast ja... Nein, 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 nein. Hier sind nochmal neun Fälle drin gewesen Weil dann könnte man sozusagen Jeder Spacht Spacht ja und spacht Ich verrechne gerade Oh mein Glück So Jetzt habe ich kein Oxygen mehr und Jetzt müssen wir das futtern hier Okay So Ich möchte Oxygen suchen Ähm Bopopopop Nummer 7 Was ist eigentlich immer das Stockfinster hier drin? Hier drin Hier draußen Stockfinstere Nacht Man sieht gar nicht was Oxygen Könnte sein? Nein Nein Verstanden Wenn man sieht Wenn es leuchtet Dann liegt nichts Ist was Borgig Crazy Ein Oxygen Ein Oxygen Bist du noch einmal bei der Hütte? Ja Ja Ich habe gerade noch ein bisschen kürbisch und Fleisch aufgelegt auf dem Grill Mit Ich brauche auch kleiner Wasser Okay Ähm Ich schmeiß das Kupfer über Bord oder? Ähm Ne Ich schmeiß weg Ja Ich glaube das ist zu I-Skill Das werden wir nicht brauchen Ja Ich meine die Basics Ne Erstmal nicht mal Holz und alle Bone Waffen Ähm Oxygen Oxygen Also ich bin auf der Suche nach Oxygen Wenn man da unten ist Das hab ich gesehen oder auch nicht Hast du schon diese Improved Fackel? Ne ne? Ich habe eine Improved Fackel ja Dafür brauchen wir ähm Na Nicht Selen sondern Die Spiele gibt es auch glaube ich bei uns Ja Ja Dafür brauchen wir Spiele Aber ich brauche äh Moniz Ob ich Spare skillen kann Dann mach ich das nicht Weiß ich mal immer So Wir treffen uns gleich am Ding zu uns Ich geh nur trinken Dann können wir zurück Wie der Chat hier abgeht Ey Chat sind noch wach Mh 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 Ja wir haben voll Bock Ja wir haben voll Bock Es geht sehr voran Team und ich Wir haben nicht mal den zweiten Dings aufgestellt Ja aber wir waren da Wir waren vor zwei Stunden Waren wir da Und haben es versucht Aber Vielleicht ist es ein kleines Etwas Aber jetzt haben wir da Eine schöne Hütte auch noch Mh mh Überall werden unsere Skelette von unseren Häusern Die wir Die wir jetzt haben Ja wir werden die ganze Stadt Hier auch voll Das Schlimmste ist Wir haben ja nicht mehr mehr dieses Ding Das liegt ja irgendwo rum Bei unseren Leichen Ja Naja So wir wollen den Spefe ab Ok Lass mal Boah Alter die hat mich fast selber erschlagen Der Baum Der hätte mich fast selber Ja und schlagen So Oh wir haben eine gewisse Frustrolle Bei dem Spiel Äh ziemlich 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 So Also eigentlich gar nicht vom Craften und so weiter Ich finde es flutscht Theoretisch wenn du ein Aufbauspiel daraus machen würdest Ganz gut Mich regt das wirklich auf dass wir die Quest nicht abgeschlossen kriegen seit Stunden Ja ja Also vor allen Dingen ja weil man Du bist ja schon davor so ne Also Wir sind dann ja mindestens eine halbe Stunde da dran und da rumgelaufen Also Den ganzen Tag eigentlich von morgens bis abends hier ingame Und dann wurde es Nacht Dann war alles vorbei Und dann wurden wir durstig und dann war es vorbei Dann wurden wir durstig und ein bisschen zu gierig Und dann war die schnell und dann sprick man über die Klippe Und dann stürzt man ab und in der Zeit Nagt der Rolf Und dann Und dann Und dann Und dann Ja Warte mal Warte mal ich mal gucken Wieviel Leute Wie viele Leute spielen eigentlich gerade Na es war letztens gar nicht so wenig heute Mittag als ich geguckt habe 30.000, 40.000 oder so Oxidat Ich kann auch was bauen Okay Ah kannst du Dings craften gleich nochmal so ein bisschen anziehen 27.300 Ähm Anziehsachen Ja Und die Fakten vor allen Dingen Ich probe gerade meine XP hier durchzuretten Also Ähm Anziehsachen Anziehsachen Ich muss langsam wieder durch Ich muss wieder runter zum Fluss Alter Ja Da kommt Kommt Äh Ab Level 10 So Ich bin auch Level 8 schon Also Super lange dauert Level 5 Level 6 So So Ja Mach du mal das schade ich Ja Ist das wichtig Ich stelle jetzt noch so eine blöde Fackel her Ich brauch die nicht Ähm Wir haben jetzt noch nie eine Fackel ausgegangen Zack Da ist sie Da liegt sie Neben dem Holz halt Eine Holzfackel Ähm Sehr schön Ähm Gut Bup 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 Okay Ich würde Ja Zum nächsten See Durchpreschen Definitiv Lass mich mal Ja Ich bin jetzt einfach mal kurz zum nächsten See da durch Dann kann ich da was trinken Vielleicht schaffen wir es noch Wir schaffen eine Hütte aufzubauen Dann bauen wir sie nicht dahin wo der Wo das Ding aufgebaut werden soll Sondern an den See Dann haben wir es nicht so weit zum trinken Und dann können wir so Exkursionen nach oben zu dem Berg vornehmen würde ich sagen Das ist doch gut Ja Wir können gucken dass wir bis dahin vielleicht auch noch mal einen anderen haben Mhm Keinen anderen Keinen anderen Klafsack oder so Ja Ich hab 10 Fälle Ähm Ich hab noch neun Also brauchen wir noch was Kleines Also einen Sperrwurf Wir sind einen Sperrwurf weit entfernt Ah ja Ich will ja nicht angegeben Aber da bin ich ein bisschen stolz drauf auf meinen Sperrpunkt Starker Stoß Alter hier gibt es richtig erfahrene Sperrkämpfe und so Nice Beste Kannst du einen Schwamm oder sowas produzieren? Schwamm Ja Äh Ne Da müsste ich gleich gucken Guck gleich wenn ich nicht mehr sprühen kann Absatz Temp olhar Auf Ein Prinzip Wie Also Ab später noch mal gleich gucken. Ich muss immer zum See, sonst bin ich halb durstig quasi, halb voll. Ich fahre dann gleich erstmal die Hütte auch auf. Das Feuer haben wir jetzt stehen gelassen oder habe ich es eingesteckt? Ah ok, es gibt Pflanzen im See. Es gibt Pflanzen im See, das sind Schwämme, wenn wir die abernten, können wir Wasser transportieren. Gut, wir können uns mal in den See springen und gucken ob wir Wasserpflanzen, ob wir da Schwamm finden. Ey guck mal hier ist noch unser eines Haus, das können wir noch mal bauen weiter. Ist da ein Schlafsack drin? Weiß ich nicht. Überall diese abgerammelten Bruchhuhnen. Ey, die haben schon mehreren Stürme getroffen. Jetzt kann ich dein Aufwertungshammer benutzen. Weil es noch das aus Palmwedeln ist quasi. Ja. Kann ich nämlich Aussagen aufwerten auf Holz. Ah, verstehe. Ah. Und dann macht er so BAM BAM. Ja. Hab ich eine Hase vor mir. So. Jetzt noch das Oxid abbauen. Und ähm, ich hab gar nicht mehr viel Schraube ab. Ungefähr, ja. Ein bisschen weniger jetzt ein Viertel. Kann man jetzt auf der Hauptplatz. Genau. Was war es denn da? Mhm, mhm. Okay. So 50 zusammensammeln, damit wir die alle da reinstecken können von dem Oxid. Okay. Wie viel es noch ist. Da ist nämlich nur noch einer. Da brauchen wir noch irgendwo elf ab. Okay. Und dann geht das weiter. Okay. Okay. Weiter zum See. Zack. Möhre mit auf dem Weg. Ich hab jetzt die Hütte am See. Ah, am See? Die Hütte am See habe ich auch gehört. Okay. Das heißt, kannst du mal auf der Karte gucken, da wo ich bin? Da ist die Hütte am See. Okay. Da wo das Gebirge anfängt. Da sozusagen. Diese Unterteilung. Ja. Da wo uns vorhin die ganzen Bäume rauf gekracht sind. Ja. Aber die gibt es jetzt alle nämlich nicht mehr. Deswegen ist das ein super Platz. So. Oh, guck mal Leute, wie schön. Mh. Was für eine schöne, herrliche Berglandsche. Und der Mond. Können doch die Saturn sein. Und die Sonne. Und der andere Mond. Und der dritte Mond. Guck mal die ganzen Monde. Wobei das ja aussieht wie ein anderer Planet. Das ist dann eher Jupiter oder so. So. Springen wir mal da runter. Unten ist ein Wolf. Wir sehen ihn schon aus der Ferne. Das ist schon mal sehr gut. Oh no. Oh, was ist denn falsch? Wetter. Wo kommst du zu mir da? Mh. Ähm. Hehe. Ist grad ein bisschen weit. Ich äh. Such mal kurz einen Schwamm. Schau mal kurz, ob es hier schwammähnliche. Objekte im Wasser gibt. Denn unter Wasser kann ja kein Sturm sein, ne? Boah. Klingt erstmal nicht so, aber... Knows. Ach, da ist doch kein Sturm oder was? Oh, überall was hat man, ne? Da muss man hinter was nennen. Ich glaub ich krieg grad irgendwie hier Kälteschaden etwas. Wär etwas unterkühlt. Ein bisschen erfroren könnte man auch sagen. Ach, das ist schon ein Sturm. Hä? Ja. Ja. Warum mach ich denn das? Ja. Komm, ich kämpfe mich jetzt hier durch einen Sturm und... Waage. Ich wage es. Ich kämpfe mich durch Sturm und alles Mögliche und erst jetzt erstmal Mais. Der Mais ist nicht schlecht. So. Der Mais ist nicht schlecht. 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 So. Und jetzt bewaffnen wir uns, weil wir wissen ja, hier gibt es Wölfe. Oh, Melone. Melone ist gut. Da ist noch ein Wölfe. Ja, 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 ja. Ne B8. Null. 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 Ich hab ihn leider verfehlt. Ich weiß nicht wie man mit dem Speer weit werfen kann. Ich weiß nicht wie man mit dem Speer weit werfen kann. Manchmal kribbelt er aber manchmal wucht er voll weit. Also es ist so ein... Ja, aber es liegt groß. So. So. Ich hab den Stoff noch. Also bei mir ist ne super Holzhütter. So gut. Wenn du einen Schwamm mit was mitbringst, wär ich dir dankbar damit ich nicht... Naja, das war ja... So will ich nochmal kurz. Aber ich bin kurz vor unseren... Nee, mach mal. Mach mal jetzt mal. Okay, weil ich bin bei unseren Vorräten gerade. Also bei unseren... Polispunkten. Hier im Groben und Ganzen. Bisschen noch an die Richter. Ich seh keinen Wolf. Das hofft auch der Chat. Wir drücken mir schon die Daumen. Im Schlaf. Ja, zum Teil. Ja. Wie die alle eskalieren hier noch. Ich liebe euch. Das ist der beste Chat. Der beste Chat. Ja. Also was hält die Hütte? Nicht die Hütte. Die Hütte hält noch. Wo zum Geier ein Reh und ein Reh gibt es. Das ist schon mal keine große Bedrohung. Aber... Hier fällt natürlich ein bisschen der Wind hier um. Wo zum Geier ist unsere... Das könnten sie auch Osterspielen nennen. Das ganze Ding. Weißt du? Du musst alle drei Minuten irgendwas im Gebüsch suchen. Das ist ähm... Das klingt schon mal gut. Das könnte deine sein, glaube ich. Oder? Nein. Ich weiß es nicht. Zumindest ist leider kein Schlafsack drin. Aber es sind Fälle drin. Das ist schon mal gut. Ähm... Fälle ist schon mal gut. Was können wir noch rausnehmen? Wir nehmen einfach alles erst mal raus. Um es selbst aufzufangen. Da ist das andere. Noch mehr Fälle. Ähm... Auch kein Schlafsack drin. Doch, doch. Da ist ein Schlafsack. Okay. Okay. Ähm... Zwei Schlafsäcke. Wir müssen das Oxid kurz bunkern. Da ist das Ding. Ähm... Die Facke kann ich wegschmeißen. Nein! Sie war ja an. Brennt ihr mir jetzt den Bude hier ab? Jetzt brennen die Vorräte weg. Ja! Oh nein! Komm nicht raus! Ach! Hör auf! Ach! Ja! Ach! Ja! Ach! Tja! Bist du vor unserer alten Hütte wieder? So ziemlich. Vor unserer ganz ganz alten Hütte. Ich starte am Startpunkt. So! Wie? Der Wolf. Der Level 24er Wolf. Der kam hier wieder durchgeschlichen. Von hinten. Und hat mich äh... Von hinten beim... Aufpicken unserer Sachen quasi... Aber... Du hast du nicht deinen Spawnpunkt gesetzt vorhin beim Ding Spawns? Mal gucken. Also es müsste doch eigentlich vor dieser komischen... Höhle mit den komischen Spritzenpflanzen da gewesen sein. Jaja, es ist vor den Spritzenpflanzen schon mal gut, ja. Naja, gut. Aber ich hatte unsere Gerätschaften schon alle dabei, ey. Verdammt. Alles verloren. So. Und vor allen Dingen alle XP kurz vor Level 5, Alter. Ohaah! Kurz vor Level 6, meinst du? Kurz vor Level 6. Ein ganz klein Typ. Bist du komplett runtergestraft? Ja. Ja. Bist du komplett runtergestraft. Du wirst bis äh... Dem Level komplett wirst du entzogen. Aber bei mir war es immer nur anteilig. Guckst du immer an. Im Street. Oh. Licks. Der rote Balken ist nicht lustig. Oh. 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 488.000 XP verloren. Was machst du denn noch für Kamikaza-Aktionen? War nicht Kamikaza. Da war kein... Da war nichts vorher da. Der ist irgendwie... Kam der da. Hinter mir. Genau. Also wie gesagt, da an der Kante... Aber jetzt... Das ist wirklich scheiße, ey. Kurz vor Level 6. Ne. Aber... Naja. So. Ich reise gleich durch. Ich mach das jetzt nochmal. 13 Uhr 18. Ich probier jetzt schnell die Dinger zu looten. Und dann, äh... Wieder zurück zu gehen. Schwärme hab ich nicht gefunden beim Tauchen. Aber die gibt es irgendwo im See. Aber die gab's hier nicht. Da gab's nur Schlinkpflanzen. Ich weiß aber wie die aussehen. Das sind so komischen geästelten Dinger im See. Okay. So, jetzt bin ich bei der Hütte die du gerade aufgebaut hattest. Vielleicht hätte ich einen Schlafsack mitnehmen sollen. Aber ich hab ja zwei Schlafsäcke. Die sind in meinem... Da kann man ja ganz groß von mir versorgen, dass da alles liegt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen ist es sehr frustrierend, dass zwei Grabsteine übereinander liegen. Aber der Level 24er Wolf ist... Alter, fast 1 zu 1. Krass vor der 3D-Effekte erzeugt. Ja. Ich hab ja auch... Ich hab ja auch gerade gelootet in dem Moment, als der mich von hinten... Oh, warte mal. Ich probier mal. Ich hab einen neuen Sperr. Ich hab einen Knochen-Sperr. Aber da so viele Sachen liegen, konnte ich mich erstmal nicht entscheiden, was ich alles mitnehme. Oh! Fast hinter seinem Arsch abgeprallt. Und muss schwimmen. Ich hab einen Sperr geworfen und jetzt finde ich ihn nicht mehr. Alter! Die Gämser. Ich hab einen neuen Bound. Ich hab einen neuen Bound. Ich bin nicht beim See. Oh! Ach, guck mal. Der hängt hier im Baum. Da ist er. Zack. Mein Knochen-Sperr. Ich hab ja auch einen Sperr, weil ich ja so krasser Sperrwerfer bin. Ja, vielleicht kommst du mit, dann kannst du den Wolf abwerfen mit Level 24. Jaja. Ich bin schon die vorbei gerascht. Aber ja. Ja. Na dann los. Guck, guck. Go, go. Ich kann dir aber auch gleich einen Knochen-Sperr in die Hand drücken, wenn du willst. Na, ich werd das jetzt looten. Wenn du mir den Rücken frei hast, während der Wolf kommt, wär's super. Also, ansonsten gib mir den Sperr und du lootest. Ist egal. Wir müssen irgendwie... Ritt mich hat ein Wolf entdeckt. Okay. Wo? Wo ich bin. Pass weg. Der ist gut, der Sperr. Okay. Welches Level war der Wolf? 28. Ah, das ist gut. Dann kommst du in 24. Drei Dingsbums. Weg ist er. Das ist gut. Hier liegt noch irgendwo, ähm, ein Päckchen. Päckchen? Ist hier zu tragen? Sozusagen. Irgendein Leuchten am Päckchen liegt hier. Ich weiß nicht... Wo? Okay, mit den Sperren müssen wir was schaffen. Ich bin voll geflasht und komm rüber. Cool. Und ich geb der dann erstmal einen von den... Premium Sperren. Ist schon wieder Ostern. Ja... Ja... Hier liegt irgendwo ein Päckchen. Das habe ich noch nicht gefunden. Ähm... Ah, hier. Ähm... Da ist aber nichts mehr drin. Schade. Nur noch Stöcker. Wo bist du? Ach da. Da. Warte. Hier. Ich leg dir vor... Oh ja. Gib mir einen Sperr. Knauunschperr. Oh, jawohl. Danke. Super. Oh, jetzt sind wir schon fast aus wie richtige Krieger. Jetzt sollten wir doch mal in die Höhle gehen und diesem komischen Spuckevielchen... Geh rüber, treten. Geh rüber, treten. Ich bin mir richtig beworben. Da ist es. So. Ja, das war doch hoch. Ich hab den Sperr schon im Anschlag. Warte, ich crapte mir noch einen. Das liegt hier gleich, das Päckchen. Ja, warte. Ich muss mir noch einen zweiten... Oh, ich hab zu wenig Knochen. Boah, ich schläge mich an. In der Verstorenheit. Oh da, zack, zack, zack. Der komische Hirsch, der ist echt etwas... Der große Hirsch. Weird. Ah, das wird's grad sehen sollen. Der Hirsch, der hat sich so an der Wand festgebacken. Und als er dann tot war, ist wirklich... Alle Knochen sozusagen sind in sich zusammengefallen gefühlt. Und er sackte in sich rein. Okay. Ja. Ich auch. So. Dann haben wir noch einen zweiten Knochen im Spiel. Und... Dann haben wir noch einen... In Reserve gehauen. So, ich komm mal weg. Diese Animation von Bücken ist einfach... Unglaublich gut. Bücken? Ne. Unglaublich gut. Ja, das ist... Also... Naja. So ein bisschen... Die Landschaft sieht ja eigentlich ganz gut aus, so. Die kannst du... Da kannst du nicht meckern, das ist okay. So. Oh ja. Aber... Die... Die eigene... Also auch die Hand und... Und die Waffe oder das, was man erträgt, ist etwas... So. Etwas aus den 90ern Entsprung. Ist es hier nicht unten an der Steinwand? Ja, ja. Ich hab's schon eingesammelt. Du kannst den Rest hier... Noch... Hier unten... Äh... Looten. Ah ja. Und hier ist auch noch ein Päckchen. Boah, Alter. Wie viel Zeug da so ist. Hasenkadaver. Crazy. Oh, da sind die... Da sind die Dingsbums. Die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. So, ich hab noch Oxid bei. Okay. Ja, wir müssen in die Wölfe gucken. Hier war ich nämlich auch. Genau so wie du gerade. Guck ich. Und dann von hinten... Boah, 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 boah. Gut. Boah, 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 boah. Haben seit einem geknabbert. Deswegen immer. Hier ist auf jeden Fall noch ein, äh, Schlafsack drin. Den hab ich auf jeden Fall mit. Ja. Den Kürbel schmeiß ich raus. Das schmeiß ich raus. Das Essen... Da müssen schon Schla... zwei Schlafsäcke drin sein. Das jaue ich schon. Ja, ich ließ. Ich brauch auf jeden Fall einen. Ja, ja. Ich hab noch einen rausgenommen. Okay. Ne, ne, den nimm beide raus. Das ist egal. Ne, ich probier jetzt bloß alle, alle Stacks, die ich hab sozusagen um 100 aufzufüllen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich kann ihn nicht tragen. Der Rest bleibt leider da drin. Und du nimmst auch kein Dingsmus mit? Kein was? Schlafsack habe ich schon rausgeholt. Und Lagerfeuer auch? Oder wie? Lagerfeuer habe ich auch eins da, ja. Und hast du das Knochenmesser genommen hier? Ja, ein Knochenmesser habe ich auch bei. Also ich kann es noch upgraden vielleicht hier vom... Was machen wir mal, gehen wir wieder nach da oben oder was? Lass uns... Ich will den Wolf? Ja, dann watch out. Weg, ja. Es ist nicht doof, ne? Kein Bock, mehr zu sterben. Okay. Wo geht's hin? Erstmal hier auf den... Auf den... Auf den Pro... Ähm... Zurück zum See, würde ich sagen, oder? Wie spät ist es? 16 Uhr, wir können... Zu der Hütte, die du zuletzt gebaut hast, ist ein bisschen sehr weit, ne? Das ist hier wieder ganz unten. Ja, ja. Lass doch zu der Hütte da oben. Wo wir eh hin müssen. Komm. Obwohl wir... Ich brauche vorhin noch Wasser. Dann bleiben wir zwei Schlafsäcke, aber ich muss vorhin noch was trinken und dann... Ja, dann brauche ich da schnell unten ein Dingsmus auf. Geht ja, Flotti. Lass uns zum See gehen, dann brauche ich da noch ein Lager auf. Hütte wäre cool. Ähm... Ja, 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 ja. Dann lass uns hier... ...dass ich komplett das Lager auffahren. Ja. Dann übernachten wir und dann gehen wir nochmal nach oben zur Prust. Ja. Und dann wird's entpackt sein. Oh, das wird... Ja, das leg ich gleich auf die Kante noch ein paar. Quats. Cool, der hat noch mal... ...eine Eingriff. Ja, das ist das. Das ist das. Ja... Da... Ich glaube, das ist das. Ja. ...äh... 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 So, sehr schön. Ich kann mir gleich noch ein paar Sachen geben, zum Verarsten. Ja, ich kann mir gleich noch ein paar Sachen geben. Ja. 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 Das Haus am See. Das ist das richtige Haus am See. Ja. 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 weiter geht's, dann können wir alles hier alles einmal durchreparieren das ist gut, das ist gut reparieren, reparieren fallen lassen, hä? NEIN aufnehmen bei einer Waldbrand in die neue Hütte abgefuckt ich bin ruhig wieder ich muss mich bloß irgendwann mal echt in die Kurschreitung beginnen auch in diese kleinen Häuser das gemeine ist ja gefühlt wenn du einmal gestorben bist hast du ja nicht nur den den Fortschritt verloren, sondern kann es sein dass du noch mehr XP machen musst um dann vorwärts zu kommen was macht denn der Hase da? der nimmt nen Bart der geht voll ab du musst gar nicht, dass Hasen schwimmen können guck mal wie der abhäst naja wir sind ja außerirdisch hier ja, das wär klar ok du baust die Hütte die Hütte am See guck mal wie pro ey was für ne geile Hütte das ist den Fenster ja absolut mit Blick auf See ja vielleicht nicht mehr die Hütte ah doch so wie machen wir das? hallo hallo jetzt sind wir ganz gut just in time jetzt können wir bald pennen gehen und dann sind wir direkt wieder um 7 und dann können wir den Scheiß da oben aufstellen ja mach draußen nochmal ein Feuer uuuuuh ja warte mal ist es vielleicht ein bisschen nah dran erstmal gehen wir nicht ganz so nah dran ja ich leg mir schon mal den Schlafsack da rein ja so richtig aktivieren so aktiviert ähm noch ein bisschen zu futtern hier ok ok wenn du noch was zum kochen hast dann kannst du es doch aufpacken oh mein wenigstens würde ich doch nicht schlafen ob du vielleicht mich auf dem Plattformfenster ja sehr gut so immer mal zuhören tut so muss sein tut so hä sehr schön 7 Uhr sehr schön morgen so morgen 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 lassen wir eins da wieder kannst du noch kannst du eins bauen noch wir können eigentlich auch zwei mitnehmen äh 1 1 2 hier lassen oder das ist ja nicht so weit zum Point oder findest du meinst du ne ich kann auch noch einen bauen ja ja das wird ne ne lass mal lass mal lass mal ist alles gut ich bau mal wieder das Ding ab ich kann keinen bauen ich hab vorhin denn die Fälle nicht mitgenommen 48 Fälle ich hab die Fälle ah ok ok die hab ich da vorhin gedroppt da hast du gesehen gut 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 dann lass uns los latschen ja mal weiter ganz kurz bevor wir das gehen ich hol mir noch eine kleines gecheck ok ich werd ja auch noch mal kurz aus dem schluck hier aus dem see hängen ja mach mal jup also ich hol mir irgendwie Lapper mal kurz ha 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 hups Die Container haben wir noch nicht, aber haben wir nicht. Schwämme. Schwämme gibt es nicht. Vielleicht nur im Meeren und nicht im Seen. So. Hm. Schwämme nicht reparieren. Okay, die ist dann verloren. Ähm, 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 ähm. So. Na dann mal los. Na dann mal los. Na dann mal los. Kein Wetter. Hast du hier noch eine Fakke hängeschmissen? Ja, ich hab eine ausgetauscht. Wenn man die wegwirft, ist die automatischer. Was ein bisschen risky ist, aber. Egal nicht. Egal. Nein. So. Platziert. Das Ding. Teil 2. Wenn das jetzt nicht funktioniert, ne? Wie installier ich das Game? Auf der Stelle. Hier ist noch so ein freies Feld. Kannst du mir einmal diese Arm schon nochmal herstellen? Ja. Schön. Zeit ein bisschen. Oxy. Genau. Oxy. 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 Genau. So. Ähm. Die Armschienen. Ich bin vorne das Freifeld. Ja. Ich baue dir die Armschienen. Armschienen. Reinschienen. Armschienen. 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 Oxy. Äh. Weißt du was glaube ich ist? Wahrscheinlich muss man dieses Teil wieder neu reaktivieren. An der Base oder so. Das wäre natürlich. Das äh. Da bin ich fünfmal schon da. Also ein bisschen an drei Toten dran vorbeigelaufen. Wenn das so wäre. Gucken was da die Hütte. Mal ein bisschen weiter nach links halten. Mal ein bisschen weiter östlich. Da wo der rote Punkt ist. Ja. Das ist ja gut. Da hinten ist hier schon unsere Hütte. Oh, bist du noch da? Ja. Warum ist es denn so dunkel? Ach, diese Hütte will ich auch nicht mehr nennen. Well, here we are. Here we are. You know what to do. Ach, jetzt rennt er mit meinem Knochensperr davon. Wer ist er? Das Reh. Schön in den Arsch geschossen, jetzt ist es weg. Dank. So. Ich guck, ob ich wieder einen machen kann. Ich kann auch einen machen. Okay, ach, da sind wir wieder. Hallihallo. So, Chad. Nach nur, wie viel, drei Stunden sind wir wieder hier. Das waren drei erfolgreiche Stunden. Wir sind sehr viel weiter gekommen. Ich bin anstatt Level 4, Level 5. Nur drei Stunden. Ähm. Muss man hassen. Wir sind noch mal geschehen dabei. We made it. We made it. I can't just search the area. Alter, wie ich den Sprecher vorfrügeln will. Alter, ich hab ne Idee. Wir brennen die ganze Scheiße nieder. Ja, mach das jetzt. Aber es ist jetzt auch viel frei, ja. Komisch, ne? Ja, auch eben gerade. Oder vorhin. Hochgeschuft. Level ab. Nein, ist Level 9. Wieso bist du in Level 9? Ich komm nicht mehr auf Level 6, ey. Das ist unglaublich, obwohl ich die ganze Zeit da... Mann, mein Stolz. Und der Schlupf ist aber auch wieder gepimpt, also von daher wird auch nichts passieren. So? Und Twitch hat jemand was gesucht? Nix. Das ist ganz praktisch. Ich hab so hier gegen den Stein gehauen und es rutscht dann immer wieder runter, wenn ich die unterste Schicht abgeschlagen hab. Oh, ich bin überlastet. Alter. Now it's up to you. Ich dachte mir schon, vielleicht ist das vielleicht nicht präzise angezeigt. Da wird man wirklich verrückt. Der Scheiß-Wolf schon wieder. Kannst den Tod machen? Hier hat mein Späne nicht mehr. Ja. Wo ist er? Da unten. Da sitzt er von mir. Da. So. Ja. 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 Vielleicht ist es doch ein bisschen daneben oder ist es gar nicht so präzise oder irgendwie sowas? Ja. Aber was soll das denn? Also wenn man dann schon hier die ganze Dings absuchen muss. Das ist total lustig. Also. Wenn das auch kein Hinweis ist. Mach mal wieder Holzbögen. Zwei Stück. Mach mal hier drüben bei euch. Ja. So, ich klicke jetzt jeden Quadratzentimeter von dieser Karte und klicke die jetzt ab, ne? Ja. Das sollte man sonst logischerweise auch machen. Ja, natürlich. Ich kann gar nicht wissen, wie das andere Ding aussieht. Zack, die Räucherbude ist drin. Ist im Hinz. Alter, ich bin Minister Bergsteiger. Boah, ich krieg ein Bann für Exploiting. Ja. Also ich bin in der Hütte erstmal. Also ich bin auf dem Berg erstmal. Ganz oben. Das ist ja schon. Pass mal auf euch hier runter. Hallo? Nein! Alter, hätte mich der Wind leider runtergeblasen von der Kante. Ja. Ey, komm doch runter, ey. Ja. Wirklich. Schaltschaden hochzähne. Ich kippe dich schon wieder aufzuratzen. Vor allem, was macht dein Level? Das macht nichts. Ich hab die ganze Zeit Bäume gefällt und anscheinend kriegst du dafür ein Handicap oder so. Das heißt, der ganze rote Bereich muss doppelt gezählt werden oder so? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Gefühlt passiert gar nichts, wenn ich einen Baum fälle. Ja. Komm hier rein, es ist warm und geborgen. Ich bin schiss. Ich denke, seit wo ich schiss fällt. Ja. Komm, wir können weiterfahren. Ich bin sicher. Wirklich. Ich binidadelijk. Ich bin überhaupt nicht happend. Ich bin immer。 Ich bin einfach mal rausgekommen. Ich bin deraatbare Einwand. Das ist ja auch nicht. Aber hier drin ist warm und geborgen. Oh ja. Oh ja, das ist ja schön. Und würde ich... Da 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 da. Ausgerufen. Und zack. So. Was haben wir? Was haben wir auch? Was haben wir denn? Was haben wir denn? Schnell. Schnell. Bleib draus. Bitte, nehm auch die Wand. Was ist das da? So. Tja. Aber ganz kurz. So. So. Was ist das da? So. 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 Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Exotische Materie wiegt weniger. Aha. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Gut, bewegungsgeständigkeit, Grundausdauer. 100 maximale gesundheit gut wird es noch mal draußen meinst du sollst mal zurück zum ding und darum mal gucken ob da was ist von der base an der kapsel ja i don't know ok keine ahnung weiß es auch nicht das gefühl wir haben einfach nur irgendwas übersehen wisst du nicht was aber also ich würde mir nebenbei kurz irgendwie ein youtube video raussuchen das teil steht ungefähr hier irgendwo die selbe freifläche die ja auch da hat es ja auch gleich vermutet dass es hier aber hier ist nichts klicke wie ein begaster das war die allererste intention komm mal her komm mal her ja ungefähr hier müsste es sein ich muss was kriegen ich auch gleich Kannst du mal auch dieses Teil, wenn es in deinem Inventar ist, kannst du doch rechts klicken drauf? Ja, bein lassen wir zerstören Ich lasse es fallen, vielleicht probiere ich nochmal die ganze Stelle abzusuchen bei mir Alles durchgeklickt, passiert nichts Ich muss nochmal, ähm, hast du noch Wasser auf der Tasche, muss sonst laufen? Ne, muss auch gleich Was ist denn ein krasser Fallschaden, ey? Bäm, fast da Ja, wenn du Feuer abspringst, ey Ja, dann bist du fast da Na ja, ich komm auch erst mal mit Aber das ist genau diese Stelle da Ja, hatte ich auch als erstes vermutet, weil die genauso aussieht wie die andere Deswegen hatte ich es auch gleich zum Anfang da probiert Aber Muss nicht Tja Dann ist es verpackt Oder wir gehen nochmal zurück zur Kiste Also, aber der zweite links, dann lag der vorhin nicht drin Also, das weiß ich Naja, ist ja Wayne Also rein theoretisch, guck mal, was wir machen können Ist Also ich Probier's gleich nochmal Ähm, aber was wir dann rein theoretisch machen können Ist, wir gehen einfach mal zurück Wir haben ja den ganzen Weg hier hin erschlossen Sozusagen mit unserem ganzen Equipment Gucken, ob wir bei der Station was machen können mit dem Teil Äh Für den Fall das Oder für den Fall das nicht Ähm Gehen wir in den südlichen Bereich Und wie gesagt, alles hier oben haben wir ja erschlossen Da müssen wir nochmal hin und dann muss man vielleicht die Die ganzen Dings nochmal ersetzen Oder aufbauen Aber rein theoretisch sollten wir ja gut durchkommen Wir sollten Upsa Das war sehr ambitioniert Ähm, wir sollten einen Schlafsack mitnehmen Einen hier lassen Einen solltest du nochmal craften Dann haben wir wieder zwei Für die Nacht quasi Hm Gut, 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 gut Geh noch einmal So, ein bisschen Gebrochenes Bein noch Drei Minuten Ach, von deinem Sturz oder was? Ja Deswegen komme ich nicht an Ah, okay Verduchste fast Uuuuuh Scheiße Ja Criddle Criddle und so rum Mach mal einen Technikbaum, hab ich jetzt mal ein Seil freigeschaltet, weil dann mach ich Ich hab hier noch ein paar Talente, dann kann man die Schiene gegen Bein, Beinsturz quasi machen Ah, los Wo bist denn du? Ähm, bei der Hütte Was ist denn da? Ich hab hier noch ein paar, zwei Minuten, dann geb ich dir die Schiene Ja, gib mir die Schiene, gib mir die Schiene, wo bist du, da, mhm, 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 zack, da haben wir die Schiene wieder, sehr gut, ich weiß nicht, ich hab sie aufgenommen, aber da, kann sein, dass unten bei den Zahlen bleibt, liegt, Okay. Und? Ähm, du reduzierst, ich glaub, 20 oder 30 Sekunden oder eine Minute oder so von der Ablaufzeit. Ja, okay. So, dann, äh, nehme ich mein Bettchen oder dein Bettchen, welches wollen wir wegnehmen? Mitnehmen? Ähm, nimm mal mein Bettchen, Dann hast du schon einen Respawnpunkt, du stoppst häufiger. Okay. Du kannst ja noch ein zweites Crap'n. Es sieht auch überhaupt nix mehr beim Levelaufstiegen, das ist so krass. Wie viel, äh, XP brauchst du für ein nächstes Level? Äh, bis 161 von 138, also 23k. Wie viel? 23.000. Guck mal bitte ganz kurz ins Stream. Was steht da? 52, 76. So, bei Rot. Aber gefühlt komme ich nicht einmal vorwärts, also wenn ich jetzt einen Baum fälle oder so, passiert kaum noch was. Ah, musst du ein bisschen mehr hacken. Mach mal ein bisschen Hackerei, dass du variabler wirst. Also sprich, ein bisschen mehr Abbau von Anderen Zeugen. Wie steigen? Ohne ist schon da. Aber nicht Bäume, muss ja nicht auf 200 kommen. Ne. So. So. Dann. Kannst du keinen Zuschauer zumuten, hier eine Stunde lang zu sehen, wie man einen Felsklop vor seinen Augen hat. Also ich hab... Hm? Braucht Essen. Ich hab noch eine Karotte. Dann ist jetzt Ende Schicht im Schacht. Ich brauch Futter. Futter, Futter wie bei Mutter. Okay, du bist wieder da und positionierst die Sonne, ja? Ja. Okay. Okay. Travel to Location. Da hat irgendwas Kling gemacht. Was war es? Kragen gerade. Okay. Kacken. Was ist hier wirklich? Bam, bam, bam. Abzieht, abzieht, abzieht. Abzieht, abzieht. Es ist ein Raster. Wenn du rausst, wenn du rausst. Mhm. Mhm. Es ist schwer. Es ist schwer. Es ist sehr schwer. Okay. Hast du's? Nein, natürlich. Ist das okay? Ich brauch dringend was zu futtern. Immer noch zu futtern. Futter, 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 futter. In einer. Wir sind hier noch ausgerechnet, ob so ein Ding gelandet. Okay. Mhm. In einer Bucht. 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 Ich würde sagen, wir gehen nochmal zwei an, ne? Ja. Wo die Feuerwehr... It's around here somewhere. Ja. So. Neue Feuerstelle mit. Ja. Ist gut. Was dann verhurt. Du? Mhm. Ich hab hier Fleisch. Ich suche vor allen Dingen. Besser wäre noch irgendwie Mais oder so. Das sind Möhren. Ich hab hier vier Möhren. Zwei Möhren. Okay. Zwei Möhren. Schon mal... Schon mal essen. Okay. Also planen einmal komplett nach unten. Wollt gucken ob man was an der Kapsel machen kann. Und dann die andere rein. Okay. 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 Wir düsen los. Mh 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 mh. Mh 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 mh. Okay. So, ja, wir sind gleich da, ja, ja, so, 24, 24, ich schätze, wir sind um 16 Uhr bei der Kapsel, ja, du vielleicht, ja, ich hab 10% schneller laufen, ja, geil, das Talent, du, 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 das ist ja nicht die Einheit zu sein. Ne, wie ist da hin? Leider anderen Ecke, egal. Boah, ich hab meine Melone, gestern muss schon wieder kotzen. Das verstehe ich nicht, bei Melone? Ich muss dann von Melone kotzen. Das passiert doch erst bei der zweiten oder so. Das kann schon sein, stell mal vor, du isst hier zwei Wassermelonen, ja, ne? Was denn, das ist nur Wasser. Ah, ja, ja, ja. Was, wie viel ich da? Rein. Befreien müssen wir drücken, ne? Ja, ne, von denen. Vom Back befreit. Voll jetzt, meine Schöne, bitte. Sehr gut. Ey, und wenn wir nicht erst mal zu Hause sind, dann bauen wir jetzt mal ein Palast uns hin. Ja. Den zünden wir nicht dann. Oh, hier ist noch so eine Höhle. Ist da wieder was drin, so ein Viech? Ich guck mal. Ja, vielleicht bist du doch vor mir am Stützpunkt. Warte, ich brauch, brauch. Äh, ne Fackel. Eine Fackel mit zwei Bergen. Oh, ja. Oh, ja. Das spritzt, ja. Und da? Was, ich bin nicht. Oh, ist noch was drin? Ich will es nicht schon wieder abbekommen. Tschüss. Ja, krass. Ja, ich weiß nicht, was es ist. Na, wahrscheinlich gibt es dann nachher da drin, in dem, dem das, das Erz, das irgendwann nachher hier sind. Unvorstellbar wertvoll. Schließlich ist vor der Tür ja auch das Eisen, äh, das, das, äh, Titanerz und Kupfererz und so. Wirklich der hier. Der Level 3, Wolf. Wollte einmal kommen, ne? Uff. Oh, 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 oh. Lalalala. Wir nähern uns. Okay, wir sind am ersten Todespunkt. Okay, wir sind am ersten Todespunkt. Oh, 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 oh. Jetzt hat er runter. Jetzt haben wir den Abhang hier runter und noch ein bisschen Oxid abbauen. Hm. So, erstmal reparieren und reparieren. Und Oxid abbauen. Ja, ganz Oxid. Wenn ich noch den, das kotze Männchen habe, bin ich etwas aus Dauer geschwächt. Aber eigentlich ist ja ganz cool, so mit Beinbruch und so, wenn da irgendwie die Sachen aufs Bein fällt und so. Ja, es wäre auch lustig, wenn es irgendwie gleich von Anfang an irgendwie weitergegangen wäre, so. Wäre halt ein bisschen flüssiger gewesen, hätte ich es so ein bisschen flüssiger angespült, das Ganze. Also, ist doch schön, wenn wir jetzt Sandbox spielen, aber so. Also, da muss ich sagen, wir reden ja auch dabei, aber shit. Ja, so, teils, 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 teils. Es ist täglich größer als Moment, hier Leveling. Ja, das ist schon bitter, ne? Ein bisschen. Sag mal, ist das bitter? Hm, vor allem, wir spielen unter Easy, ne? What? Easy. Das ist dieser Spielmodus. Also, Twitch, wir spielen unter Hardcore. Stimmt, immer Hardcore. Oh, ja, oh, ja, so. Motivation, auf zum See. Jetzt habe ich endlich nicht mehr das kotze Männchen da drin, das ist schon mal ganz gut. Mir geht es wieder gut. Ich kann wieder gehen. Ist mir gut. Ja. Also. Ja. Wenn du nicht noch so eine Versorgungskiste irgendwo gesehen hast und ich habe es nicht, dann, äh. Es ist unverändert. Unverändert. So, so, so wie es halt ist. So. So, so. So, so. Ja. So, so, so. Ja. So, guck mal. Nochmal. So, so. 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 Vielleicht spielen wir dann die Quest frei. Ach scheiße, ich sollte auch da mit meiner Sperre mal in dieser Lachei zumeißen. Kakaobohnen. Kakaobohnen. Lalalala. Ne, kein Level 23er Wolf. Tschüss. Oh, ne bei mir. Kleiner Versorgungsbox ist auch nix. Ne, klar ist auch nix. So ne weitere Versorgungsbox auf der Map haben wir bis jetzt nicht gesehen oder freigespielt? Ist das denn wieder in der kleinen Gesteinshöhle oder wie bist du? Ah, incoming weather. Sturm. Am See, aber ich komm jetzt in die Gesteinshöhle. Baut auf der Insel schnell noch unsere Dings fertig. So, Hütte. Jo. Hütte ist schnell fertig fahren. Hütte ist gut. Hütte ist sehr gut. Äh, wir brauchen eigentlich diesen Holz noch. Okay. Und die Konstruktion, du musst mal zu mir kommen, du, die Konstruktion, die schon, oder? Leider. Leider. Leider nicht aus dem, nicht aus dem Wasser raus. So. Ich bin nicht buggy. So. Was brauchst du Holz aus der Konstruktion? Die Grundkonstruktion wäre gut, wenn du die einfach mal einmal verlierst. Okay. Jetzt wird's abgefahren. Ja. Ja. Was machen wir hier? Ja. 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 Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ja. Alles gut. Ja. Ja. Na, 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 na! Na, 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 na! Na, 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 na! Ja, hier muss man weg. Damit wir nicht aufs Reichgangsdienst schreimen. Der auch! Futter zu verstecken. Hast du noch Holz? Ich glaube, da müsstest du noch an Holz starten gegen gleich Komm, 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 komm Komm, komm, komm Komm, 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 komm Komm, 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 komm Komm, 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 komm Komm, komm, komm Ich lege hier neben die Hütte zum Wasser hin Dann lege ich nochmal Holz Ich habe mein Holz Ich habe mein Holz Holz Okay Ah, ich brauche Fasern, hast du noch Fasern? Ja Sind sie durchs Dienst gefeiert oder hast du sie? Ich brauche noch Holz Liegt vor der Tür Jetzt gerade vor der Tür ab Achso, rechts um die Ecke Jetzt liegt 100 Holz oder so Ja Da liegen 100 Sehr schön Sehr schön Okay Ähm Ja, Feuerstelle Ja, Feuerstelle Mach gerne Und Stöcker Ja Okay, ist an Ist nicht an, kann ich an sein, weil Er regnet auf Er regnet drauf Ja, ja Er regnet drauf Oh, Alter Super Mit Bach Ich brauche noch mehr Holz Easy Wusst du noch welches? Ne Alter Scheiße Der ist voll auf mich rauf gefallen Ne Komm mal her, schnell Ja, ja, ja Wo bist du, wo bist du? Da, da, da Beim Baum Vorbei Ja Okay Oh, ne Das ist ein Arbeitsunfall Ja Hat's voll umgehauen Oh, ne, ne Noch mal, noch mal, noch mal Was ist denn mit dir? Naja, der ist stumm Fertig Und so, und so Wenn der Strom fertig ist, steht hier Für dich Tief Noch mal mehr Holz? Ja Der fünfte Mann ist grad wieder verschwunden Aber nur ganz kurz im Channel Ja, ja Ich dachte dann wahrscheinlich, oh Gott, Mission Nummer 2 Die anderen sind schon mal eine Mission Nummer 4 Ja, denke ich mir auch Mit den Bäumen auf Nicht, dass wir die umfällen Da liegen auch noch zwei Ja Die du schon gemacht hast Weil das müsste reichen Für Für die Fertigstellung der Ritter Ich fünfte das Level ab Ich bin grad mal in der Hälfte von Level 5 Komm, ich bin schon ganz am Ende von Level 5 Ich bin schon ganz am Ende von Level 5 Ihr fühlt innerhalb von halben Stunde und jetzt, äh Zwei Stunden lang Das ist total krass Oh oh Wölfe Wölfe Dunkel Wohl rein in die Butze Wohlst du in die Butze Wohlst du in die Butze Ich verlaufen Ja ok Ja Bonne, die hätte ich's nicht gefunden So Sehr schön ischer Machen wir' mal ein Bett Ja Brief Weas an Wohin wir jetzt Gehen wir an point Oh, ein Turnier Elegentlich Sehr schön so ein zweites ja oder ich hole 20 fälle brauche ich ich sehe bloß nichts wir müssen unbedingt vorher fackeln machen sonst sind sie weg also aufstehen ja aus leder auch der sturm vorbei hier liegt hast du es hier der große Karton kleine kiste macht gar keinen sinn warum das in einer großen kiste geliefert wird aber in schlafsack alles andere ist winzig klein die 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 wir legen und das bett und warten ok ich aktiviere den schlafplatz und links wieder in dieser kleinen höhle da ist noch gegrillter kürbis auf dem dings ich muss nur oxygen besorgen ich habe noch welches ja nicht viel aber 21 warum dann nehme ich das bett hier hoch und du machst das in die höhle das andere also ich habe ich habe ganz in der höhe da müssen noch einzig eigentlich achso ich packe mal hier das oxygen hin hier kürbis bräuch dringend ja ich habe nichts mehr zu futtern ich habe auch nur noch 10% Essensreserve also kürbis liegt doch noch im feuer ok immer zugreifend zugreifen komplett aufessen so sehr schön weg so weiter gehts also was zu klein reaktivieren wir den dings ähm wo bist du nix nix ich habe es überlebt nur ordentlich was ähm so dann in die Richtung also ich habe einen Schlafsack dabei und dann müssen wir das andere Bett weil es nicht mehr da war dann müssen wir das eine jetzt bei uns hier in der Hütte aktivieren würde ich sagen und dann gehen wir zum anderen ne mhm 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 äh 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 für unsere insel vor unserer Tür auf der Hütte wo hier weil ich eben gerade habe ich ihn aktiviert hier hinten ja geradezu nein der ist gehüpft und das für ein Wolf was hat der denn flöö flöö glück mit dir ja 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 das wird unsere insel verloren ist geht ja auch gar nicht gibt es doch keinen Zugang so so gut soweit so gut 8 Uhr morgens ich würde sagen Frühstück haben wir genommen leg mich nochmal kurz hin ähm fit sind wir Kaffee haben wir getrunken wir gehen los Richtung Westen Oxidasi Oxidasi eigentlich Oxidasi hast du genug Essen ne hab nix mehr ja dann lass uns noch kurz das Stück Fleisch was der drin hatte auf den Grill legen aber aber hast du dir den Kürbis genommen ja hab mich wenigstens zur Hälfte wieder vollgemacht hab ich die bisschen mehr als die Hälfte hab ich Nö, danke, lass mal. Okay, ich muss mal oxygen. Ich geh schon mal auf die andere Seite. Hast du meins gerade genommen? Was? Wer который hingelegt hatte? Was denn? Das Oxygen? Nee. Gell. Hat der irgendwo 21 der hingelegt als du danach gefragt hast. Ah, ich hab schon eins gesehen Ach doch, hatte ich! Sorry, ich hab's versucht nicht reingetan Ach, das kann mich jetzt hier noch irgendwo rum, aber nein Gut, soweit, so gut, weiter geht's Au, au, au Schöner Ausblick, oh, mit Wasserfall und... Ich komm ganz kurz einmal, kurz zur Insel, will ich Ich will ein bisschen, ich will eine Truhe bauen und dann so einen Crafter reinlegen Ich hab keinen Bock, dass ich schon wieder abhanden geht Aber ist nicht schon mal eine ganze Truhe abhanden gegangen? Ja, aber im Sturm, aber es ist ja... Es ist ja monstermäßig gebaut, oder? Pass auf, wir machen's, wir machen's so Da hast du ja recht Wollen wir jetzt hier eine richtig krase Konstruktion machen Ich schlag jetzt die Außenpfosten nochmal Du, 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 du So Jetzt ist auch der Wiederschlafmücke Das ist komisch Ja So, und als die Statistik abfällt Beende ich jetzt diesen Stream Sehr schön, wir hatten zur Hochzeit 5 5 für 5 Minuten drin Crazy Ja Good Super Lieber Zuschauer Dann beenden wir den Stream Oh Ja Wir sind ja zumindest zum Lüften dann irgendwann das Geheimnis von diesem kleinen Genau Dreibein Das könnt ihr euch auf YouTube vielleicht dann anschauen Ja Genau Oder am nächsten Stream Je nachdem wie lange wir dafür brauchen Wir hören sich nicht Wir haben ja noch 6 Tage dafür Zeit Es ist nichts ausgeschlossen